Eine weitere Folge Hardcast mit folgenden Gesichtern. Siehst du heute wild auf dem Kopf aus, Junge? Ja, wird mal wieder Zeit für den... Pflege? Wie nennt sich der? Friseur, ne? Friseur. Ich weiß nicht. Ich hab das total verlernt, wie das geht während dieser Pandemie-Phase, ne? Du auch? Ne. Ich geh nicht zum Friseur. Ja, gut, ne? Hast du da ne Maschine dafür? Ja. Okay. Ich hab ne Maschine und dann mach ich hier... Und weg. Ich hatte auch schon mal keine Haare auf dem... Also wenig Haare auf dem Kopf, so kurz, ne? Aber ich fand, das stand mir nicht so. Also das hatte was, aber das stand mir nicht... Also ich mocht's nicht so ganz leiden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dein Style kannst du einloggen und für den Rest deines Lebens fahren, so. Okay. Ist gut. Danke. Was hast du da Neues hinter dir stehen auf dem Tischchen da? Andere Seite? Was? Hinter dir? Ja, die Lampe. Das ist ne Lampe. Genau. Die ist da schon immer übrigens. Die hab ich nur getauscht mit der Dings, weil ich heute große Bilder an die Wand gebracht hab. Einfach um den Hintergrund noch ein bisschen aufzupappen. Nice, nice. Ich hab heute... Mein Hintergrund ist komplett einfarbig heute. Ähm, ich hab auf dem Sperrmüll, äh, einen Computer mitgenommen. Der stand am Straßenrand und ich dachte so, da gucken wir jetzt mal rein. Und das haben wir vorhin gemacht. Heute Tagsüber, vormittags, bevor der EFT-Wipe lief. Weißt du das? Du kennst ja auch noch EFT, ne? Ich kenn EFT noch, ja. Es gab einen Wipe heute. Heute war ein Wipe, ja? Heute war ein Wipe, ja. Ja, das ist schön. Ich bin ETS gefahren. Schön. Ja, das ist schön. Ich nicht so richtig. Wie ist denn der Wipe so? Äh, du, ich hab jetzt nur ein paar Runden gespielt. Ich hätte jetzt, ohne Witz, ich hätte jetzt locker noch ein paar Stunden weitergespielt, aber Hardcast ist Hardcast. Und das würde ich jetzt wegen sowas wie dem Wipe nicht verschieben. Ich dive dann morgen rein. Eventuell, eventuell, äh, Alex, bin ich nächste Woche nicht, äh, zugegen. Aber, also das müsste ich hier vielleicht, müssen wir vorher nochmal abquatschen. Ich müsste dann von woanders, äh, hier rein diven und mit dir Hardcast machen. Aber es könnte sein, dass wir eventuell, nächste Woche eventuell ausfallen lassen. Ist kein Problem. Weil ich komme auch Donnerstag erst nach Hause oder wir machen das an einem Freidag. Also, also, müssen wir nochmal drüber quatschen. Ich würde sagen, wenn wir es um zwei Tage verschieben, ist blöd, wegen Wochenende. Ja, ja, ja. Also, also dann lieber mal eine Woche nicht. Gar nicht. Ich fände das, ich bin damit cool. Also, wenn das nicht einreißt. Ja, ich, also, nein, will ich ja gar nicht. Aber ich bin halt einfach nicht da. Und, äh, naja. Ich müsste von woanders das machen. Das wäre vielleicht für die Zuschauer ungewohnt, die, äh, Fratze hier woanders zu sehen. Ich würde aber... Du klingst voll anders. Was stimmt da nicht? Ne, das ist kein Problem. Da klinge ich auch gut. Da ist alles vorhanden. Das ist kein Problem. Ja, wir können ja einfach nochmal schmacken, würde ich sagen. Ja, aber schreiben wir nochmal. Das müssen wir jetzt ja nicht ausdiskutieren. Aber, aber jetzt sag mir mal, was war denn jetzt da in der Schüssel drinne? Fällst du zwei? Schüssel, hier? Ne. Es klingelt. Ach so. Ne, das war... Moment, es klingelt. Bin gleich wieder da. Unterhalte dich. Ich unterhalte mich. Ja, das war eigentlich ganz cool. Und, äh, kennt ihr eigentlich schon meine Sponsoren? Und Twitch Prime is not a crime und so. Also, ganz ehrlich. Bei mir werden jetzt keine Subs angezeigt. Also, könnt ihr euch auch sparen. So in der Richtung. Ja, ist immer schön, wenn man alleine gelassen wird. Aber ich verstehe das. Vorhin hat es bei mir auch geklingelt. Und dann war es mal wieder der Postbote. Ich habe was von EMP bestellt. Und das war eine Nachbestellung. Und es wurde nachgeliefert. Passiert halt schon mal, ne? Dieses EMP-Ding. Ich bin immer ziemlich unsicher, wie ich mich... Wie ich mich verhalte, wenn man weiß, dass einem noch sehr viele andere Leute zuhören, die nicht dein eigenes Publikum so sind. Und der andere Host... Wir machen das ja quasi dual. Oh, oh, oh. Bevor, bevor, bevor er was sagt. Ich starte dann mal den Dual-Stream und kann Dizzy dann gleich sagen so, ey, nimm mal die Squad-Einladung an. Magger. So, Einladung, Dizzy. Ey, das hätte er auch wirklich mal annehmen können schon, ne? Ich habe das schon die ganze Zeit hier so offen. Äh, ja, ähm, dieser Wipe von Tarkov, der kam jetzt sehr, sehr unerwartet, ehrlich gesagt. Und ich habe in der letzten Woche auch nicht wirklich viel anderes Zeug gemacht. Also auch kaum irgendwie hardware-relevante Sachen halt irgendwie, äh, angestellt. Na? Lieferung da? Äh, ja, ich, also, naja. Äh, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Äh, 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 okay. Du, ich habe dir mal so eine Squad-Stream-Einladung geschickt, ne? Schon vor Ewigkeiten. Willst du die mal annehmen? Die haben wir, du, ich glaube, das haben wir die letzten zwei Male gar nicht gemacht. Ich weiß. Wir sind beide, wir sind beide einfach richtig scheiße, was das angeht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber, das stimmt, aber die Squad-Stream-Sachen, das ist ja auch nicht so, also, manchmal gibt es User, die erwarten das, die sagen so, ey, kannst du einen Squad-Stream laufen lassen? Ja. Aber das ist dann dieser eine von so und so vielen Hunderten, ja? Wenn du mal mit jemandem zusammen was machst, spielst, oder wenn wir jetzt hier gerade irgendwie so sprechen, also, die, die, die wenigsten nutzen das. Und, und wenn sie es dann nutzen, wenn sie es das erste Mal nutzen, dann so, äh, ja, könnt ihr den Sound mal irgendwie synchron hinkriegen? Ja. Ja, das habe ich nicht. Würden wir gerne. Aber das gibt's nicht, das geht ja nicht. Äh, so eine Ansprüche haben meine Zuschauer nicht. Wir wollen nur, dass der Typ gut klingt, ja. Richtig. Muss reichen. Ja, verstehe ich. Was war jetzt da drinne? Sorry, dass ich aufstehen musste. Sorry. Äh, ja, ich habe nach, wir haben nachgeschaut. Das war ein Mainboard von 2003. Also, top aktuell. Und das war schon eine AMD-Gurke. Äh, ich weiß nicht, was für eine CPU drin war, weil wir haben das nur versucht, lauffähig zu kriegen, gucken, ob der, ob der PC überhaupt startet, etc. Na, gerade, gerade wenn das so ein Sperrmüll-Ding ist. Das kann ja alles sein. Ja. Also, erstmal, keine Spinnen, kein Ungeziefer, kein Dreck irgendwie drin. Von der Außenseite so ein bisschen moderig, ein bisschen, ja, so Blumenerde oder sowas war da halt irgendwie von der Seite dran. Ähm, der Computer bei einem verhältnismäßig guten Zustand. Von innen einfach das übliche, ein bisschen Staub drin, aber jetzt nichts Gravierendes. Einmal mit dem Staubsauger durch ist okay. Und, äh, das Mainboard unterstützt von AMD, Athlon, bla bla bla, bis 2800 plus alles. Also, äh, also, also in der Größenordnung so, ne? Der hatte, was war denn das? 700 irgendwas, äh, Megabyte Speicher. Das waren drei 256 Megabyte-Module. Ähm, eine Festplatte. Und er fährt hoch. Aber beim Hochfahren macht er immer ein Blue Screen. Im abgesicherten Modus nicht. Ähm, wenn du ihn so hoch fährst und der sagt dir dann so von wegen, hey, äh, mach mal dies, das, jenes hier, findet ihr die Maus und Tastatur nicht, weil es läuft halt Windows XP da drauf, ne? Ja. Und im abgesicherten Modus, äh, funktionieren die USB-Geräte, aber du kannst, kommst nicht rein, weil er dann mit dem Blue Screen sich exiltet. So, und ganz ehrlich, ich wollte ja nur wissen, ob der überhaupt funktioniert, ne? Also, wird der nächste Schritt sein, ähm, vielleicht mal die Festplatte ausbauen, wenn ich noch so einen, so einen Adapter habe, dass man den hier irgendwo anklemmen kann. Und dann gucken wir mal auf die Festplatte, weil das sah so aus, ob da noch alles drauf war. Also, komplett das, komplette, also eine Benutzerkontenführung. Der Mensch heißt Martin, ja? Oh, Martin! Und ich will natürlich nicht in seinen privaten Daten schnüffeln, aber ich möchte wissen, ob er da was, also... Martin! Ne? Martin, wenn du das hörst, mach deine Sexbilderchen da runter. Tu sie ne Klaut. Ich hab vorhin schon gesagt, wenn du sowas entsorgen müsstest, würdest du das bei einem speziellen Service entsorgen, würdest du die Festplatte unbrauchbar machen? Ja, da würde ich einfach mit der scheiß Bohrmaschine reinhämmern und dann, äh, das Ding dreimal gegen die Wand werfen und dann ist da Feierabend. Ich hab, äh, ich hab auch gesagt, ne? Das Einfachste ist, nimmst einen Hammer und zerstörst einfach die Anschlüsse. Ja. Oder hinten drauf hast du ja meistens noch, bei einer alten Festplatte hast du ja noch so richtig Zugang zu dem PCB, also zu dem, zu dem, zu dem, äh, zu der Platine. Und wenn du die kaputt machst, das, das macht sich niemand die Mühe und versucht dann ein konkret genau das gleiche Teil, das ist ja ein Controller drauf, da einzusetzen. Und selbst, man könnte dann theoretisch noch die, die Platten auslesen, aber welcher verrückte Mensch sollte das tun? Hm. Ja. Hm. Es gibt einige. Die tüfteln eher in ihrer Freizeit. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja. Ich hab das vorher auch mal ausprobiert, ne? Du glaubst gar nicht, wie stabil so eine alte Festplatte ist, dass du da mit dem Hammer versuchst raufzuhauen, da passiert nicht viel. Ich hab schon ausprobiert. Mhm. Das ist ja, Bohrmaschine, top. Ich hab da noch ein paar von. So, 20 oder so. Ein Terabyte aufwärts. Ich hab das nur in meinem NAS. Zwei Stück. Ansonsten hab ich keine mehr. Ja, und jetzt hier in dem Ding, ne? Ja, im NAS hab ich drei drin, aber da sind zehn Terabyte Platten. Was man so braucht. Na klar. Na klar. Ja, ein Slot ist noch frei, aber dafür, da konnte ich mich auch nicht durchregen. Zu. Ja, der Hype nach Chia müsste eigentlich nachlassen. Also, ich weiß nicht, hast du die Kryptowährung Chia so ein bisschen verfolgt? Ne. Okay, also die Kurzform ist ja, Bitcoin ist ja Proof of Concept, ne, Proof of Work. Also, bei Bitcoin wird ja quasi eine Formel gelöst und dadurch errechnest du ja quasi diese Kryptowährung. Und bei Chia wurde da ein anderer Ansatz versucht, der angeblich umweltfreundlicher sein soll, ne, und zwar Proof of Space. Also sprich, du musst quasi, du rechnest dort auch eine Aufgabe aus, aber du musst dann halt quasi, es werden solche großen Files erstellt, solche Token oder wie heißen die? Ne, irgendwie solche Tickets. Ich glaube Tickets, ich hab den Namen vergessen. Ich hab mir die Videos vom Bauern angeschaut und je mehr Tickets du erstellst, desto mehr nimmst du an so einer Art Tombola teil und du kannst dann mit diesen Tickets quasi ein Chia gewinnen. So, und bei den Tests vom Bauer, der wirklich eine richtig krasse Maschine hingestellt hat, ein Threadrapper und ich weiß nicht wie vielen Terabyte an Speicher, an Festplatten und auch SSDs, der hat sich da wirklich reingekniet, ist am Ende rausgekommen. Also für ihn lohnt sich das Null. Also der Aufwand, den man da betreiben muss, um quasi dann einmal eine Auszahlung zu kriegen, der liegt halt im wirklich hohen fünfstelligen Bereich, um dann mal einen Coin zu kriegen. Und auf der Webseite kann man das auch schön lesen, wie viel, wie lange es anscheinend dauert, um einen von diesen Token zu kriegen. Also da ist echt, also diese Kryptowährung ist komplett überhypt gewesen von Anfang an. Okay. Ja. Was bedeutet, dass die großen Festplatten jetzt wieder deutlich günstiger werden sollten die nächste Zeit? Ja, oh, dann können wir die letzte da noch reinstopfen. Ja. Ja, hell. Endlich voll die Bude. Nice. Ja, stimmt schon. Ja, aber ansonsten habe ich diese Woche nicht wirklich viel Hardware-relevanten Stuff gemacht. Nicht? Nee. Aber ich umso mehr, ich umso mehr, ich habe gesündigst. Was gab es denn? Ich habe am Montag mir eine 2,60 Meter breite Kochinsel in meine Küche reingedonnert. Ja. Also kannst du drauf schlafen, so groß ist die. Naja. Kochinseln müssen ja auch eine bestimmte Größe haben, ne? Sonst. Ja. Aber dann ging es los. Erzähl. Man möchte ja dann auch wieder in der Küche streamen. Mhm. Und dann möchte man ja auch gewisse Qualität abliefern. Mhm. Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft. Aber sie waren Warenkorb und du kennst ja dieses Dropdown-Menü, wo man die 1 in eine Mehrzahl ändern kann. Ich habe dort eine andere Nummer eingetragen. Der Warenkorb war dann sehr voll, aber das ist kein Problem. Ich habe noch mehr reingetan. Ich habe mir dann gedacht, puh, Standardobjektiv, uff, schwierig. Muss nicht sein. Habe das dann auch nochmal schnell geändert. Der Warenkorb wurde größer und teurer. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, du liebst deinen Chat. Dann habe ich mir nochmal so, naja, Regato-Mounts gekauft, damit man halt auch ein bisschen... Ja, das neue Küchen-Setup hat jetzt vier Kameras. Schön Ton. Und ganz nett. Ja. Welche Kameras hast du dir denn ausgesucht? Sony Alpha 6000. Vier Stück. Nee, zwei. Und zwei GoPros. Weil, über dem Herd wollte ich keine Sony hängen, weil Fett und das ganze... Wasserdampf. Wasserdampf ist scheiße. Übrigens Weird Flex, by the way. Aber mein neuer Leitspruch ist Flex Flex. Ja. Und dann zwei GoPros und zwei Sonys dann. Mit den GoPros wirst du noch richtig kotzen. Nee, werde ich nicht. Hab schon alles fertig. Ist kein Problem. Ich weiß, worauf du hinaus willst, du Lümmel, aber ist kein Problem. Weil... Okay. Da ist nämlich ein Videomischer, damit man das auch schön auf der Kochinsel stehen hat, damit man da drücki, drücki, drücki machen kann. Weil muss ja auch schön sein und komfortabel. Und die machen die Probleme nicht. Du meinst, der HDMI-Handshake zwischen deiner GoPro und dem Videomischer findet nicht statt? Nee. Nicht in der Form... Drück den Daumen. Es ist nicht in der Form, wie es stattfindet, wie es eigentlich scheiße ist. Das wird, äh, schön. Ich bin auf das Endergebnis gespannt. Ich werde reinschauen. Ja. Das Problem ist an der ganzen Sache, ich hab noch kein Licht gekauft. Aber auch nur aus dem ganz einfachen Grund, Jim. Pass auf. Ich stand da vor folgender Entscheidung. Ich stand in meiner Küche, okay? Also ich stand wirklich so in meiner Küche. Und ich hab mir so gedacht, was machst du denn, wenn jetzt irgendwann mal jemand vielleicht zu Besuch kommt oder man wirklich liiert ist, ne? Was machst du denn? Hm. Dann hängen da halt Kameras, Kabel, Licht, hängt alles in der Küche. Und die Küche sieht aus wie ein Studio. Was machst du dann? Dann hab ich überlegt. Dann hab ich kurz Kek-W-Gesicht gemacht und hab mir gesagt, ach scheiße, hat ja die letzten Jahre auch nicht funktioniert. Mach einfach. Ja, jetzt sieht die Küche halt dann wild aus. Also Freitag wird dann komplett alles umgebaut. Alles klar. Und dann gibt's in der Küche auch endlich mal, huh, endlich mal gute Qualität. Da geht der ab, der Lachs. Da geht der ab, der Lachs, ja. Ich bin gespannt. Das wird schön. Ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Mal gucken, ob das toll wird. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich das NDI von da drüben hierher kriege, weil ich keine Strippe ziehen will. Die DLAN-Scheiße. Ja, DLAN-Scheiße hab ich auch schon überlegt. Aber ich hab mir auch mal, ich hab eigentlich auch mal überlegt, ob ich da mal WLAN, mal über, also so richtige Attacke auf WLAN gehe. Probier's aus. Also ich hatte mit WLAN immer irgendwelche Probleme. Bei solchen Lösungen. Immer. Andere Sachen haben immer funktioniert, aber sowas hatte ich noch nicht so Spaß an. Aber ich muss auch sagen, ich hab mich da nicht reingekniet. Das war immer nur so, ja, hier mal so ein Adapter für ein Zwani gekauft. Und ja, da darfst du dich nicht wundern, wenn's dann, na, so, 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 so. Ja, ich hab ja so einen fetten Teller. Also ich glaube, dass das geht. Ich probier das mal. Ja. D-Lan hab ich auch noch im Lager liegen irgendwo. Mal gucken. Haben wir nicht daran gezweifelt. Niemand hat daran gezweifelt. Entschuldigung, Jim, aber man braucht ja wohl sein, äh, Elektronik-Survival-Kit zu Hause. Willst du, willst du auch beim perfekten Dinner mal mitmachen? Ja, ist ja ganz schön, was ihr hier mit euren Kameras hier so habt, ne? Aber ich, äh, ihr kommt mal jetzt mal mit in meine Regie und, äh, dann machen wir das schon. Es ist, äh, es ist schlimm. Wir, also, ich möchte das wirklich so, äh, ich möchte das wirklich sagen, es ist schlimm. Ich glaube, ich glaube, das ist, äh, so richtig Potenzial für Krieg in der Beziehung. Schatz, es tut mir leid, aber, äh, das Lager ist voll. Es tut mir leid. Wir haben jetzt keinen Platz für diese Gartenstühle hier. Es ist mir egal, ob die im Winter kaputt gehen. Echt mal! Das Zeug kommt hier nicht rein. Das ist halt wirklich voll. Ohne Scheiße. Ich hab vierstöckig, also mein Lager ist vierstöckig und dazwischen sind, 40 Platz zwischen den Etagen. Das ist voll. Komplett. Da geht nichts mehr drin. Also, ich werde gleich nach dem Stream noch ein Regal aufbauen für mein, für mein, für mein kleines Minilager. Also, ich hab ja unter der Treppe noch so ein Ding und da ist mir mein, mein, mein Regal, äh, letztens kaputt gegangen. Letzte Woche, äh, Freitag bin ich geimpft worden. Erste Impfung, ja. Und an dem Tag sind tausend Kleinigkeiten passiert und eins davon war, ich sitze hier morgens, war schon wach und, äh, sitze hier am Computer und ich höre irgendwie, es fällt was um und ich denk so, hä, was ist das denn, ne? Ist da jemand von der Treppe runtergefallen oder so? Und dann ist, dann ist dieses Regal, ich hab damals, als ich eingezogen bin, hab ich kurz geschaut und es gab halt für dieses Maß, auf dieses Maß gab es halt kein passendes, gutes Regal. Dann hab ich so ein billiges genommen. Da sollten ja nur ein paar, paar Schuhe drinstehen, so das Übliche halt, ne? Ja. Und naja, wie das halt so ist, im Laufe der Zeit stellt man da auch schwerere Sachen rein und noch was obendrauf und noch eine Platte obendrauf und noch Hardware, also so Zeug halt. Ja, was ich dann nicht bedacht hab, war, dass das Ding besteht eigentlich so aus solchen, ja, so Kunststoffröhrchen und die Verbinder, die alles miteinander machen, die sind halt spröde geworden und sagen wir einfach, ich hab zu viel Gewicht auf das da drauf gelegt und das ist halt unten, das ist aufgeplatzt und das ganze Ding ist umgekippt, wie man sich das vorstellen würde. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen, ne? Die Schuhe haben's alle überlebt und die anderen Sachen auch und naja, jetzt hab ich mir so ein anderes Regal dafür bestellt und das baue ich gleich noch eben auf und räume das wieder ein, weil im Moment liegt alles in meinem Flur, alles, was da so reingehört, liegt in meinem Flur und das ist ein No-Go. Das ist gestern angekommen, ich bin heute wieder nach Hause gekommen und jetzt nach dem Stream baue ich das auf. Das Gute ist, äh, also, mir steht noch eine Garage zu, die ist fünf Meter tief und drei Meter breit und, äh, ich hab halt noch vier, zwei Meter hohe Regale mal zwei Meter. Die kommen da dann auch noch rein. Es ist wild. Man hat Platz. Man kann Sachen machen. Das wird schön. Also, hm. Meinst du, meinst du mit der Garage, dass das deine potenzielle Werkstatt wird? Ja. Da liegt dann potenziell ganz schön viel Scheiß drin. Ich hab auch schon, äh, potenziell mir Gedanken gemacht, wie ich da drinnen streamen kann. Potenziell. Ich find immer, ich muss da mal kurz eingreifen, ich find immer bei so einer normalen Garage, die irgendwie am Haus dran ist, ne, ich trau der Sache nicht. Ich meine, klar, du stellst dein Auto da ab, aber ich, ich trau so einem, so einem normalen, so einer normalen Garage nicht zu, da irgendwelche teuren Sachen drin zu parken. Also beispielsweise Stream Equipment oder, ne, irgendwelche anderen Teuren. Ich, ich weiß nicht, ich hab da einfach kein Vertrauen da rein. Ich wohne am Arsch der fucking Welt. Ja, ich auch. Hier kommt keiner hin, der hier nicht wohnt. Außer die Post. Und das war's. Und die Müllabfuhr. Einmal in der Woche. Weil, wer soll denn hier was klauen? Na, ich sag's nur, ich hab da kein Vertrauen rein. Also, also, wenn jemand wüsste, wo ich wohne, dann wäre ich aber ganz schön arm. Außerdem gibt's dafür Versicherungen. Ich hoffe, du bist versichert. Ich bin versichert, ja. Gut. Ich hoffe, du bist versichert. Dann ist das nämlich nicht so wild. Hauptsache, man hat's gesichert. Mhm. Ja. Und am besten auch nochmal schön dokumentiert, was man alles drinstehen hat, was der Zustand der ganze Spaß ist. Ja, ja. Ich hab immer Fotos. Hab ich wirklich. Du auch? Ich hoffe für dich. Von, von, von allem, was hier so steht, ja. Ja. Also, das nachzuweisen, wenn, wenn da mal was passiert, wenn's hier mal so brennt oder so, da seh ich jetzt nicht so das Problem. Dann zeig ich einfach, das ist mein letztes VOD, weißt du? Nee, aber mit einer Versicherung möchte ich auch keinen, keinen Stress haben irgendwie. Das muss, das muss so sauber wie möglich durchlaufen, ganz klar. ganz klar, Herr Nils. Ja. Ich hab ja dadurch ein bisschen, ja. Es hört sich an, als ob du echt noch einiges zu tun hättest, ne? Garage umbauen, Küche weiter aufbereiten, Technik in die Küche einbauen, das Lager. Das Ding ist halt, das Problem ist halt an der ganzen Sache, Alex, ich hab darauf halt immer so Lust, weißt du? Dadurch, ich hab das vorhin schon, haben wir im Stream schon darüber gesprochen, dadurch, dass ich ja per se keine Verpflichtung habe, ähm, ist das halt einfach immer ziemlich wild. Da kannst du halt immer komplett ausrasten. Ich weiß genau, was du meinst. Und dann hält dich halt auch irgendwann keiner mehr, weißt du? Und wenn du einmal die Büchse der Pandora geöffnet hast, dann, dann ist, in meiner, in meiner vorvorletzten Wohnung hab ich mir halt so ein, äh, Rittal, ähm, Server Rack gekauft, so ein 19 Zoll Server Rack, das so zwei Meter irgendwas hoch war. Und dann wurde da halt ein fetter File Server eingebaut und mein Game PC und da drunter noch so andere kleine Server halt irgendwie, ne? Die auch was zu tun hatten. Und dann hast du halt, ja, keine Ahnung, ein Kabel rübergezogen. Und, ja, dann war es halt bei dir still und du konntest Dinge tun, also spielen, zocken, machen und so weiter. Und das war toll im Sommer, ne? Ganz prima. Aber wenn dann Leute mal zu Besuch kamen und dann mal in dieses Lager ging, in dem dann auch mein Solarium stand und meine Waschmaschine und so weiter, das war schon, es gab Fragen, kann ich dir sagen. Es gab Fragen. Ich hab das auch sehr häufig, ehrlich gesagt, aber ich hab mir, ich hab mir jetzt wirklich vorgenommen und das hab ich mir wirklich vorgenommen, ich werde meine Wohnung, ich nenn's jetzt mal in Anführungsstrichen beziehungsfähig lassen. Mhm. Weil das in Berlin nicht so war. Also ich hab wirklich, hab mir das vorgenommen. Bis jetzt hat auch alles ganz gut geklappt. Außer die Küche. Naja gut, was soll ich jetzt machen? Ich koch halt auch im Stream so und das geht ja nur nicht anders. Man kann ja trotzdem, das Problem an der ganzen Sache ist, dass potenzielle ganz viele Optionen damit wegfallen, wenn man ganz viele Kameras in seiner Küche hat und man nie weiß, ob alles aus ist. Ja. I know that feel. Ja. Hast du das auch manchmal, dass du denkst, dass Kameras an sind? Nein. Nicht? Weil die alle, weil die in der Küche alle an einem Kippschalter hängen und die sind aus, aus. Also die laufen dann auch nicht weiter oder sowas. Aber ich kenn das Gefühl, dass ich hier am Computer sitze und nicht streame. Das kommt ja auch mal vor, dass ich mal am Montag hab ich mal einen Bürotag und dann seh ich diese Kamera hier so vor mir und denke so, Deswegen, Alex, sitze ich in meiner Freizeit nicht mehr hier drin. Verstehe ich, kann ich verstehen. Gar nicht. Oder was auch schlimm ist, wenn ich mal in meiner Freizeit spiele, das kommt ja mal ab und zu vor, dann gucke ich immer auf meinen Chat. Immer. Und er ist nicht da. Und ich denke mir so, verdammt, was machst du denn jetzt in der Zeit, wenn du dich einloggst oder wenn du eben kurz warten musst? Mit wem redest du denn dann mal eben so? Das ist echt schlimm geworden. Das ist wirklich schlimm geworden. Also man ist halt so ein Gewohnheitstier. Also das ist halt einfach so drinnen. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen sitze ich halt hier nicht mehr. Einfach um dieses, wie sagt man, diese Habit, diese Angewohnheit zu brechen. Weißt du, mein Wohnzimmer ist halt auch auf der oberen Etage, also auf der anderen Etage. Und jetzt im Sommer ist das ein bisschen doof, weil es halt sehr warm da oben ist und ich baue da auch keine Klimaanlage ein. Wäre auch Quatsch, jetzt aber egal. Das ist ein total angenehmes Gefühl, wenn man hier fertig ist. Ja, und hier lässt man so den ganzen Bürokram und die ganze Hardware und so weiter stehen. Und ich gehe eine Etage nach oben, ich mache da den Fernseher an. Wenn ich will, nehme ich mein Notebook mit und du hast halt WLAN, passt alles. Und das ist ein wirklicher Unterschied zwischen, du bist hier und du bist halt live und das ist halt streamen, das ist dein Job oder du spielst halt auch mal was oder du gehst halt nach oben und dann ist alles weg. Das gibt es nicht. Also das ist dann, das ist eine andere Welt. Das ist so, also ich gehe jeden Morgen zur Arbeit, die Treppe runter. Ja, das mache ich nicht. Ja. Aber irgendwann hätte ich das gerne mal. Ich würde das gerne, also das ist auch so ein Lebenstraum, ich würde das gerne mal aus der Wohnung raushaben. Aus dem Wohnraum. Wohnraum. Das hätte ich super, super gerne, dass man wirklich auch zur Arbeit fahren muss. Ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht, auch schon vor ein paar Jahren, ob es Sinn macht hier in Münster. Da gibt es immer Möglichkeiten, es gibt immer irgendwelche Räume, Proberäume oder Büroräume oder sowas, wo man sich einmieten kann oder auch so ein Shared-Büro-Ding, weißt du, also so ein Shared-Office. Aber irgendwie war dann so dieses, ah, du brauchst zweimal Hardware, du musst dich darum kümmern, dass du da einen guten Internetanschluss hast. Es müssen so viele Konditionen passen, dass man auch ein bisschen laut sein kann und während der Bürozeiten, dass man keinen stört, gerade wenn es so eine geteilte Geschichte ist, sowas. Und ich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, gerade auch als ich damals in der Beziehung war, das macht keinen Sinn, weil dann würde ich ja, ich sage jetzt mal ein bisschen später, anfangen zu arbeiten. Also ich fange jetzt ein bisschen früher an, aber früher bin ich eher so mittags oder nachmittags live gegangen, würde also das Haus irgendwann tagsüber, mittags, vormittags verlassen, wäre dann live und komme abends, nachts irgendwann wieder. Dann hätte ich meine Freundin damals gar nicht gesehen. Gar nicht. Einmal in der Woche. Ja, das ist auch so, wenn man zu Hause wohnt. Ja, nee, das ging, das hat man noch so halbwegs hingekriegt. Das lief zwar nicht gut, auch sehr beschissen, aber ja. Ja, wenn man aufs Klo geht. Hi, na, wie war dein Tag so? Ja, so in etwa. Ja, das hat sich alles so ganz komisch in die Richtung entwickelt, das stimmt, ja. Das stimmt. Es ist auch normal. Ey, also jetzt mal ohne Witz, ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, das unter einen Hut zu kriegen. Also ich glaube, jeder Selbstständige da draußen, der Chef ist oder so, der kann einfach nicht nicht arbeiten. Das geht nicht. Das geht einfach. Das kannst du nicht. Das kriegst du aus diesen Menschen einfach nicht raus. Das lernst du über die ganzen Jahre, glaube ich, erst, das abzustellen. Und wenn du zu Hause lebst, bist du sowieso komplett, also ich sage es jetzt, einfach mal in Neudeutsch, bist du halt einfach gefickt, weil du nicht von deiner Arbeit wegkommst. Du kommst davon nicht weg. Die ist immer da. Und wenn es nur ist, wir kennen es alle und du bestimmt auch, Alex. Naja, das eine Kabel, das können wir doch jetzt nochmal schnell wechseln. Und dann sitzt du einfach drei Stunden in deinem Büro. Und zack, sind vier Stunden rum. Und du hast eigentlich alles schon wieder umgebaut. Das stimmt. Ja. Ich erkenne da ein Muster. Bei mir hat gerade jemand geschrieben, Raum auf und abschließen. Aber das ist, ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Das funktioniert nicht so gut. Das geht nicht. Also ich glaube, extra Raum ist schon ganz gut. Woanders. Also viele Businesses, unheimlich jetzt davon, ob man streamt oder nicht streamt oder ob man was anderes macht, aber viele Businesses starten ja zu Hause. Dass man aus irgendeinem Hobby oder aus irgendeiner Kleinigkeit, oder du fängst an, was bei Ebay zu verkaufen. Was meinst du, wie viele Ebay-Verkäufer, die heute unfassbar groß sind und eine riesengroße Halle und ein Bürogebäude und so weiter haben, die haben klein angefangen. Viele davon haben wirklich auf dem Küchentisch zu Hause angefangen, irgendeine Scheiße zu machen. Und dann wurde das immer größer und jeder kennt das. Und beim Streaming ist es halt nun mal Fakt, dass es gibt ein paar sehr professionelle Leute, die auch bei großen Netzwerken sind und die super so erfolgreich sind oder die sich dann wie so ein Monte, so einen fetten Raum einbauen. Aber viele von denen sitzen natürlich auch in irgendwelchen speziellen, ich sag jetzt mal Studios im weitesten Sinne, so wie damals Max zum Beispiel. Hier, Hand of Blood meine ich. Aber der Großteil, auch der sehr professionellen großen Streamer sitzt doch einfach von zu Hause. Ob du jetzt ein Ponyhof bist oder Duo oder keine Ahnung wer. Also da richtest du dir zu Hause dein Büro ein und bam, da brauchst du nicht extra noch mehr so, ne? Weiß ich nicht. Also gerade bei den Streamern sehe ich das nicht so, dass man sich extra ein Büro mietet, auch wenn es für die geistige Gesundheit vielleicht wirklich besser wäre, weil man halt zum Arbeiten das Haus verlässt und wenn man zurückkommt, kann man auch mal runterfahren, weil man die Klamotten halt nicht so die ganze Zeit um sich rum hat, auch wenn man da Bock drauf hat und gerne macht oder so. Aber das glaube ich schon, ja. Also ich bin, also ich werde das auch, denke ich, irgendwann nochmal machen. Ich werde das aus meinem Haus raus verbannen. Für immer. In die Garage. Nee, aber komplett aus dem Haus raus verbannen. Also ich möchte das auch gar nicht mehr haben. Also mittlerweile geht so, weil die Selbstkontrolle da ist, dass man sagt, okay, man geht einfach nicht mehr rein. Das funktioniert halt immer mal so, aber das kommt raus aus dem Haus. Weil das einfach, du bist halt irgendwann auf Dauer gar nicht mehr sozial fähig mit deinen eigenen vier Wänden. Das geht gar nicht. Das stimmt. Weil du immer die, du hast halt, du hast halt einfach immer alles vor der Fresse und dann fällt dir irgendwas ein und du kannst es halt instant erledigen und dann ist der Rest des Abends eigentlich gelaufen. Und da kannst du noch so viel Selbstkontrolle haben, weil dieses eigentliche zwei-Minuten-Ding dauert dann halt einfach mal drei Stunden und dann ist es halt vorbei. Ja. Ja, das ist normal. Das ist normal. Ich hab mir aber jetzt mal die umgekehrte Sache, ne? Ja. Ich hätte früher, ich wäre früher, also zu meiner Hitbox-Zeit und auch davor, ne? Ich hätte nie irgendwelche Sachen, die man hätte machen können zum Vorbereiten oder so. Das hätte ich niemals während des Streams gemacht. Hier was aufzubauen, eine Kleinigkeit fertig zu machen, was Handwerkliches oder so. Ich hätte immer gesagt, nee, das machen wir besser off-stream, da muss man die Leute ja nicht mit langweilen. Bis ich irgendwann auch gecheckt habe, so von wegen, nee, das ist ja, das ist ja, also es ist unfassbar, ich gucke unfassbar gerne bei Leuten zu, die was machen. Ob das Tapezieren ist, was man viel zu selten leider auf Twitch sieht, oder irgendwas Handwerkliches macht, baut oder tut so. Kennst du diesen einen Dude, der solche großen Holzskulpturen schnitzt, der mal vor ein paar Jahren so eine Donation oder ein paar Subs gegiftet hat, bekommen hat und dann hat er zu dem Typen gesagt, nee, du, gib mir deine Adresse, ich schicke dir das Geld zurück. Solche Sachen, das kann ich stundenlang gucken, finde ich super. So irgendwie, ne? Und so ist es halt im Kleinen halt auch, wenn man jetzt hier mal was aufbaut, gut, das muss nicht immer irgendein scheiß Kehrregal sein oder so, aber ein bisschen was Aufwendigeres. Bei dir oder bei Iga, diese Ricks, da kann man stundenlang zugucken, eben weil es halt auch total außergewöhnlich ist und man will ja auch sehen, was passiert denn da so, ne? Krass, ich finde das super. Hätte ich früher niemals gemacht, ich hätte es niemals gemacht, weil man so vom Mindset dran geht, nee, es soll ja perfekt sein, der Zuschauer soll ja entertained werden und so dieses Behind-the-Scenes und dieses Zugucken, das gab es früher nicht so oder das, da hatte man so vielleicht einen etwas anderen Anspruch da dran. Aber fuck du, scheiß drauf, brauchen wir nicht. Ich mach das nicht mehr. Ich mag nicht mehr auf dem Stream bauen. Mein Chat regt mich auf. Ja, nicht mein Chat-Chat, aber mich regen diese Menschen auf. Ja, diese Menschen, die einfach dumme Scheiße in ihr rüber haben und dementsprechend das artikulieren, die regen mich auf. Und ich möchte mit diesen Menschen nicht in Kontakt treten, weil ich werde da echt zu Furie. Und das haben aber auf der anderen Seite alle anderen nicht verdient. Aber ich kann das auch nicht zurückhalten. Wenn mir nochmal irgendeiner was von einer Steckdose erzählt, den scheiß ich einfach einen Rachen rein, weil mir das einfach so auf den Sack geht, das ist halt so völlig degeneriertes, unqualifiziertes, rumgebrabbeln im Internet und möchte gern Elektroniker, dass ich, nee, das will ich nicht mehr. Da hab ich jetzt immer eine Frage dazu, weil du hast das jetzt mehrmals so erwähnt. Ich denke, ich kenn die Antwort schon, deshalb fang ich hinten an. Also es geht darum, dass du all deine ganze Hardware in einer Steckdose hast und die Person regt sich darüber auf, dass alles in einer Steckdose ist, was ja grundsätzlich kein Problem ist, weil du ja weißt, wie viel Spannung da drüber läuft und du schaltest alle Geräte nacheinander ein. Also du machst nicht und alles hängt auf einmal an einer Steckdose dran, richtig? Nein. Sondern, wo ist dann das Problem? Na, das Problem ist, dass Menschen so grundlegend wissen, dass da 3600 Watt ran dürfen und sie sich immer überlegen, oh, das ganze Büro, das müssen doch 8 Milliarden Watt sein, das kannst du da nicht ranhängen, das schafft die Sicherung noch gar nicht. Dass Menschen aber gar nicht wissen, dass die ganze Sicherung für einen verfickten Raum ist und das scheißegal ist, an wie viel Steckdosen du da dran bist, weil die Kacke sowieso nur über eine abgesichert ist, das hat hohles Gebrase. Und das regt mich halt immer auf, weil das halb dumm ist, das ist Quatsch. So, und davon habe ich ungefähr jedes Mal drei Menschen und wenn ich das nur ein einziges Mal lese, raste ich nur noch aus, weil das so wirklich gequillte Kacke ist. Weil hier halt wirklich, hier ist halt was dran, um das durchzutesten und ich mit einem Elektriker darüber auch schon gesprochen habe, ob das cool ist und habe das so weit auch alles hingebaut, dass ich diese Spannung für alles Einschalten gar nicht auf einmal da anliegen kann. Weil so wie du deine Ibiza-Steckdose hast, habe ich sogar noch eine mit extra Sicherung drin, die angeht, Pause, wegen Einschaltspannung, nächste, Einschaltspannung, nächste, Einschaltspannung und ich komme nicht mal ansatzweise auf 3600 Watt. Wenn hier alles an ist, hängen da 900 Watt dran. Und unter Volldampf sind es 1500. So. Da hast du immer noch genug Puffer, ne? Absolut. Da hast du mehr als genug Puffer und diese, ich kann das nicht mehr hören. Und dann, ich bin Elektriker, ich weiß genau, wovon ich rede und dann sitzt du vor deinem Bildschirm und denkst dir so, du hast mal gar nichts mit Elektrik zu tun, du Pfeifenaugus. Das Einzige, was du gemacht hast, ist irgendeinen Beitrag bei YouTube gesehen und schmafelst hohle Scheiße von irgendwem da. Und das geht aber auch so, also, und das, ich meine nicht meinen grundlegenden Chat, sondern ich meine halt, die Menschen, die sich dann immer da so reinlaufen, naja, also ich würde ja jetzt den Bohrer nehmen und dann würde ich das so und so und so machen, Schwinkersmile. Und du denkst mir so, das geht dich doch einen Scheißdreck an. Was willst du denn jetzt gerade? Nee, also, also da ohne Wasserwaage, also nee, da würde ich ja die Krise kriegen ohne geraden Strich und dieses Ausmessen-Ding und so. Dann denkst du mir so, was willst du denn? Du wohnst doch hier gar nicht. Geh dich doch einen Scheißdreck an. Du darfst dir das angucken. Wenn es dich stört, mach es aus. Andere Leute finden es geil. Und genau deswegen stüge ich das nicht mehr. Weil genau das, was jetzt gerade passiert, passiert in dem Stream und das geht 45 Minuten Dauerfeuer. Und das möchte ich aber meinen Zuschauern nicht antun, weil das 100 Pro passiert. Weil letztens, als ich das Rick zusammengebaut habe, hat Sascha, Sascha ist bei einer Schraube abgerutscht. Und da ist ihm, ist ihm beim, beim Abrutschen ist ihm der, der Schraubenkopf einfach kaputt gegangen. Passiert. Man ist in dem Moment halt pissig, weil es extra Arbeit ist, man muss die Scheiße aufbohren. Hey, der Chat war eine absolute Vollkatastrophe. Du kannst dir das nicht ausdecken. Ja, also dann musst du das machen und dann darfst du das nicht machen und das nicht und das nicht und genau in dem Moment, habe ich da reingeguckt. Genau in dem Moment habe ich da reingeguckt und dann wieder nur Menschen, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben und du denkst, du halt doch einfach deine Fresse. Du musst es doch gar nicht machen. Warum sitzt du nicht zu Hause und lachst einfach darüber und hast Spaß, aber quatsch mich doch nicht blöde voll, mit wie viel Umdrehung und ein verfickter Bohrer und ein verfickter Bohrer da ran muss. Ja, so dein Werkzeug, du müsstest dir auf jeden Fall mal besseres Werkzeug kaufen und deine Bohrer sind auch nicht so geil. Das sehe ich schon an deiner Bewegung deiner Bohrmaschine und du kannst eigentlich gar nichts sehen. Du siehst nichts. Du siehst weder die Bohrmaschine noch siehst du den Bohrer und die Leute quatschen so eine unqualifizierte Kacke und dann sitzt du da und denkst, halt einfach deine Fresse. Halt einfach deine Fresse jetzt. Und das ist aber jedes Mal so. Und wenn du damit gut klarkommst, ziehe ich meinen Hut vor dir, Alex, aber ich sage dir das so, wie es ist, ich nicht mehr. Ne. Weil ich meine Zuschauerschaft liebe und die haben das so nicht verdient. Außer, naja, der Großteil feiert das eigentlich. Aber ne. Ui. Nö. Ich habe es verstanden. Ich werde es nicht mehr ansprechen, aber danke für die Erklärung. Was willst du denn ansprechen? Die Steckdose? Nein, nein. Ich dachte, das mit der Steckdose geht mich doch gar nichts an. Das ist mir auch völlig egal. Also im schlimmsten Fall, jetzt mal, ne, also, wenn du, sagen wir mal, wenn du dein Setup aufbaust und du baust, dann hast du einen dritten Monitor, einen vierten, einen fünften, du hast einen zweiten PC, du hast einen Mischpool, du hast dies und das jenes. Und du hast, bist du es gewohnt, dass du alles mit einer Steckdose, mit einer Kippleiste ein- und ausschaltest, ne? Hatte ich halt früher. Was passiert dann? Richtig. Die scheiß Sicherung fliegt raus. So, dann merkt man so, aha, zu viel Last beim Einschalten, bei den ganzen Dingern, wie du vorhin schon gesagt hast, kann man reduzieren, indem man entweder dir die Geräte einzeln einschaltet oder vielleicht hat man sogar ein Hardwaregerät dafür, dass Steckdosen einzeln belastet oder so. I don't know. I don't know. Wird's bestimmt geben. Aber am Ende des Tages, ja, also, ich hab schon sehr viele gute Informationen aus dem Chat gezogen, die ich selber nicht wusste. Die haben mich nach vorne gebracht. Und beim, ne, und das ist auch darum, warum das ja auch Spaß macht, sowas zu bauen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch meine Trigger. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen. Ich habe auch meine Trigger. Wenn gewisse Sachen im Chat stehen, da springe ich sofort drauf an. Und das ist nicht gut für die Stimmung. Es ist nicht gut. Also, ich kann das verstehen. Also, die Leute, denen man Vertrauen schenken kann, die haben wirklich super Ideen. Also, hier sind viele Dinge, mir ist richtig warm. Ich sollte öfters meckern. Also, der Chat hat schon oft super, super gute Ideen. Also, wenn so theoretisch Sachen geplant werden, ist Chat einfach zwölf und zehn und das weiß ich auch. Aber dieser eine einzige Mensch, die sind nur dieser eine. Oh, den fresse ich auf. Mit Haut und Haaren. Also, das Ding ist halt, ich bin ruhig geworden. Wirklich sehr ruhig. Aber es gibt so diesen einen Menschen, in deinem, also, einmal in deinem Stream am Tag, den musst du einfach, den zerwickst du einfach. und ich hasse dumme Menschen. Ich hasse dumme Scheiße. Wenn man nichts weiß oder nichts zu sagen hat, hält man einfach seine Fresse, bevor man unqualifizierten Blödsinn erzählt. Und bei vielen ist es, glaube ich, so, die schreiben erst, drücken Enter und denken dann erst darüber nach. Und das hasse ich wie die Pest. Ich habe übrigens, by the way, um dieses Steckdosen-Thema nochmal anzuspringen, ich habe sogar noch eine USV davor. Eine große, also, was heißt eine große? USV, wegen Überspannungsschutz. Auch noch. By the way. Aber das weiß ja keiner. Was ist das? Alles in eine Steckdose? Weißt du Bescheid? Wir können es denn erst machen? Hä? So, wollen wir jetzt Trigger-Themen durchgehen? Wollen wir einfach so eine Trigger-Sendung machen? Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Wir machen jetzt, wir machen jetzt Hardware-Trigger-Sendung. Was sind denn deine Trigger? Erzähl mal. Also, ich werde sie nicht triggern, aber erzähl mal. Im Hardware-Bereich bin ich da eigentlich schon ziemlich abgehärtet. Also, früher haben mich, haben mich Sachen schon einfacher aus der Bahn geworfen. Mein Chat hat gerade schon ein paar Sachen eingeworfen. Wir haben mal vor ein paar Jahren einen PC zusammengebaut und dann war das Netzteil falsch rum drin, laut dem Chat. Witzigerweise hatte ich aber auch genau zu dem Thema schon ein paar Wochen vorher mir auch verschiedenste Videos angeschaut, wie dann Leute mit Wasserkühlung gesagt haben, für sich gesagt haben, du kannst das Netzteil auch andersrum bauen, dass du eben keine Luft aus dem Gehäuse saugst, sondern von unten. Also, dass du oben halt keinen Einlass sozusagen in das Gehäuse halt irgendwie hast. Und es gibt da immer zwei Seiten der Medaille. Und das befolgt mich halt noch bis heute, dass Leute sagen, das ist mir aber auch egal. Oder jeder hat schon mal irgendwie so eine Nase oder so eine Nut nicht gesehen und hat so ein Ding falsch rum angesetzt und es ging halt nicht rein oder so. Aber das sind für mich keine Trigger-Themen mehr. Das habe ich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht. Oder auch, was auch immer super ist, Wärmeleitpaste. Come on. Come on. Sowas wie zu viel Wärmeleitpaste gibt es nicht. Ja, wenn du zu viel Wärmeleitpaste auflaust und drückst es halt drauf, dann quillst du deine Seiten runter und das ist nicht schön. Ja, okay. Aber es gibt sehr wohl etwas wie zu wenig Wärmeleitpaste. Und wer das nicht glaubt, sucht bitte auf YouTube danach. Es gibt sehr, sehr viele Tests von Leuten, die halt eine Glasplatte nehmen, machen halt diesen typischen erbsengroßen Punkt in die Mitte und dann drücken sie die Glasplatte von oben gleichmäßig drauf und dann guckt mal, wie weit diese scheiß Wärmeleitpaste geht. Die drückt sich bis zum Ende. Nein, tut sie eben nicht. Die breitet sich nämlich, je nachdem, ob du von links nach rechts aufsetzt oder von oben oder von wie auch immer, dann breitet sie sich hinten mehr in eine Richtung aus und kommt nicht mal bis in die Ecken. Aber das ist wichtig, dass der Heatspreader überall Wärmeleitpaste hat und den bestmöglichen Kontakt zum Kühler halt irgendwie bietet. So, und da kann man jetzt verschiedenste Techniken anwenden, wie ein X machen oder was auch immer drauf oder mit einem kleinen Plastikspachtel da irgendwie das verteilen. Ich mach das ganz simpel. Ich schmiere da ein bisschen Wärmeleitpaste drauf, lieber ein bisschen zu viel als wenig. Ich verschmiere das mit meinem Finger, da drehen Leute auch sofort wieder durch. Nein, du hast ja Körperfett an den Dingens und das zersetzt mal dein Blah und Biochemie und da alles kontaminiert. Und ich denke mir so, ja, geht dich nichts an. Ja, ist mir egal. So, dann mach ich meinen Finger wieder in Ruhe sauber. Der Chat regt sich da schön drüber auf. Dann setze ich meinen Kühler auf. Ich drehe den nochmal so ein bisschen links-rechts. Du hast ja immer ein bisschen Spiel damit bei. Dann merkst du auch so, okay, der sitzt nicht irgendwie komisch, sondern der hat wirklich schön überall Kontakt. Dann ziehe ich den gleichmäßig links und rechts an und gut ist es, ja. Bisher nie Stress mit dieser Technik gehabt, aber der Chat hat wieder, der sucht ja dann wieder nur das nächste Ding. Ganz normal. So, nee, und Wärmeleitpaste, du kannst ja auch da ein Riesenthema rausmachen. Ja, da ist die falsche Wärmeleitpaste. Aber ich habe immer die und die. Ja, das ist okay, aber die Werte, mit denen sich das unterscheidet, die sind ja wirklich marginal. Also, es gibt Werte und es gibt Unterschiede bei Wärmeleitpaste, aber halt eben nicht so, dass ich sagen würde so, ah, okay, ja, dann kaufe ich mir jetzt erst besser eine andere Wärmeleitpaste, damit es besser ist. Und wir reden nicht über Köpfen. Köpfen ist natürlich toll, aber ich köpfe meine CPUs nicht. Ja? Ja, du musst deine CPU erst noch köpfen, sonst kannst du nicht die Menge... Ja, weiß ich, habe ich verstanden, aber ich köpfe meine scheiß CPU nicht. Die bleibt halt so. Oder ich kaufe mir halt eine geköpfte. Oder ich lasse das jemand machen, der davon Ahnung hat, aber ich gehe da doch dann noch mal nicht dran. So halt. Ja. Verstehst du? Ja. Äh, Strom? Also, äh, äh, hier, Bändchen zum Erden. Kennst du? Ja, kenne ich. Habe ich auch in dem, in dem Werkzeugkasten mit drin, habe ich noch nie benutzt. Es ist noch nie was wegen Elektrostatik kaputt gegangen. Ja, man kann es kaputt kriegen. Auch da gab es viele lustige Videos im Netz oder auch von Linus Tech Tips, der den, der den Elektriktypen da eingeladen hat. Ich habe auch sehr gelacht darüber. Ähm, ich habe noch nie etwas wegen statischer Elektrizität kaputt gegangen, aber ich schrubbe halt auch nicht mit meinem, über meinen Teppichboden, mit meinen, mit meinen, im Winter, mit meinen Wollsocken und packe dann alles an. Das mache ich halt auch nicht. Habe ich gemacht. Einfach nur. Und es ist nicht kaputt gegangen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Chat war, Chat hat mich so doll getriggert, dass ich irgendwann gesagt, ich habe hier meinen Pullover genommen, das war hier so ein Frotti-Shit damals und habe den hier gemacht. Da habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt so lange, bis wir damit fertig sind und dann habe ich die CPU gemacht. Kam nicht so gut an, war auch sponsored Content, aber ist nichts passiert. War also gut für den Sponsor. Ja. Da gab es keinen Lichtbogen. Ach, die Heizung anfressen. Dann fass doch wenigstens mal die Heizung an. Dann hast du dir die Hände gewaschen. Warum fummelst du da mit dem Akkuschrauber in den Computer rum? Was sei denn? Dein Staubsauger? Du darfst vom Staubsauger nicht in den Computer anbänden. Die laden das auf und dann gibt es einen Kurzschluss. Da musst du aber mit Druckluft ran, oder musst du ausblasen und nicht aussaugen, sag mal. Kennen wir alle. Wie? Die Kabel liegen da so, wie die da drin sind. Was soll das denn? Warum machst du an deinem Mainboard nur vier Strauben ran und nicht die ganzen acht, die da ran müssen, sag mal. Das hält doch nicht. Das fällt doch runter da, sag mal. Moment, Moment. Da bin ich aber auch Monk. Also wenn dann eine Schraube fehlt und ich habe das Gehäuse zu und ich denke so, oh, da fehlt eine, dann denke ich da noch drüber nach. Also ich habe mich schon erwischt, wie ich dann einen Tag später das wieder aufgemacht und habe die letzte Schraube auch noch reingedreht. Scheißegal. Ich habe auch schon mit zwei nur angeschraubt, oben links und rechts. Ja, natürlich. Weil ich keine hatte. Ich habe schon mal, das hat keiner gemerkt, ich habe schon mal eine Schraube angedreht und dann habe ich so gemerkt, so, oh, die packt gar nicht. Und dann habe ich, dann war ich süß und knuddelig und habe gesagt, so, oh, okay, die ist fest. Das hast du gemacht und das hat keiner gemerkt. Weil ich keinen Bock auf die Diskussion hatte, dass wir diese eine scheiß Schraube, die letzte, nachdem alles fertig war, wieder das komplette Mainboard rausnehmen müssen, den Plattabstandhalter wechseln müssen, dann hast du nicht genau den richtigen und dann fängt die Kacke nämlich an. Nee, das war egal. Von der AIO habe ich den Pin abgebrochen, den Schraubenpin. Hier, sag schnell, den zum Festdrehen hier. Habe ich mir, glaube ich, eine M3-Schraube genommen, habe die da reingedreht, habe gesagt, wenn euch das nicht gefällt, habt ihr Pech gehabt. Die Scheiße ist da drauf, das hält, Ruhe im Karton, fertig ist. Chat komplett ausgerastet. Was? Da musst du doch jetzt noch bei NCXT anschreiben, das in den neuen Kacke. Das heißt, das funktioniert doch, was soll die Scheiße denn? Drehrinde in den Absicht. Funktioniert besser, also nahezu besser als das Original, ne? Ja. Muss man nur mit dem Schraubenzieher machen. Ich bin auch schon im Stream mit dem Schraubenzieher aufs Mainboard abgerutscht. Das war auch witzig, war ein Kratzer drauf, Chat ist komplett ausgetickert. Hat komplett explodiert. Was? Bist du wahnsinnig? Das ist so teuer, das kannst du doch nicht machen. Ich so, das ist doch scheißegal, da ist doch gar nichts dran. Da ist ein Kratzer, den sieht sowieso kein Schwein, weil der Kühler da oben drüber ist und laufen tut die Scheiße auch noch. Das hat funktioniert übrigens. Das glaube ich dir. Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass einer meiner Onkel vor x Jahren mal einen kompletten PC gebaut hat. Also der hat quasi das Mainboard belichtet, dann geätzt, über ein paar Tage, über ein paar Wochen lang in so einem Säureaquarium. Und wir reden darüber, dass ein Mainboard an sich, da laufen ja keine Leitungen durch das PCB, durch das Mainboard durch, sondern das ist ja alles nur obendrauf. Ja. Und man sieht ja die Leiterbahn so. Es mag sein, dass das mittlerweile auch Kontakte gibt, die von vorne nach hinten gehen und so weiter und so fort. Aber das ist ja kein... Ja. Man kann da was beschädigen und es ist nicht gut, mit dem Schraubendreher da drauf zu rutschen und so weiter. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass du mit einem Abrutschen irgendwie wirklich was beschädigst. So was richtig Böses. Obwohl es passieren kann. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Es ist halt Arbeitswerkzeug. Ja. Es ist Arbeitswerkzeug und da gibt es gar keine Diskussion. Wenn jetzt, sag ich mal, da draußen auf dem Bau einer gucken würde, wie seine scheiß Makita-Bohrmaschine aussieht, der würde den Vogel zeigen. Ich fummel doch da nicht 30 Jahre dann rum. Wenn ich da abrutsche, rutsche ich halt ab. Darauf ist schissen. Passiert halt mal. Das war beim Herd selber anschließend. War sehr schön. Das habe ich Chat erzählen. Chat ist komplett aus der Rasse. Kann ich mich auch dran erinnern. Da war es... An Elektrik gehe ich nicht dran. Nicht? Also ich habe schon öfter schon einen gewischt bekommen. Das fing damals an, als ich an so einen Schweinezaun gepinkelt habe. Ja, das hat zwei Wochen lang wehgetan. Ich war nicht beim Arzt. Ja, wie das ist. Du kommst von der Schule. Du denkst so, oh fuck, ich halte es nicht mehr aus. Ja, machen wir mal eben hier hin. Ein Zaun im Weg. Zack. Geht halt voll rein. War nicht so gut. War nicht so gut. Das habe ich auch öfter geschafft. Einmal bei so einem... Ich habe es öfter geschafft, aber der Schweinezaun hat am meisten wehgetan. Und ja. An Elektrik gehe ich halt einfach nicht dran. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe schon mal an der Lampe einwischt gekriegt. und nee, mein Bedarf an Stromschlägen ist halt gedeckt. Da hast du aber einen Ruten gekriegt. Ich komme aus der Elektriker-Familie, da ist das nicht so wild. Man kennt es. Wenn Papa auf einmal die Leiter rückwärts wieder runterkommt und sagt, puh, das hat aber ganz schön gezimmert, mein Freund. Dann ist man das gewöhnt. Aber so andere Sachen, zum Beispiel, ich hatte einen Kabelbruch bei meinem allerersten Streamdeck. Das ist einfach ausgegangen und ich dachte so, das kann doch irgendwie nicht sein. Also das war völlig... Also man hat keine An... Also es hat sich nicht so angefühlt, als ob da irgendwas Schlimmes irgendwie ist. Und dann habe ich das Kabel genommen, das ist wieder völlig gerade gemacht. Es lief halt so um so eine kleine Schlaufe und schwupp, auf einmal hat es wieder Kontakt und dann habe ich es wieder so hingestellt, wie es hingestellt werden musste. Das Kabel hatte so eine leichte Schlaufe. Ging nicht. Da denke ich, okay, das wird wohl das Kabel sein. Hat wohl einen Bruch gehabt. Dann schneidest du es halt ab und also ich habe es nicht abgeschnitten. Ich habe das Stream wieder aufgemacht. Das ist ja nichts weiter als so ein kleiner Touchmonitor und da sind dann halt eben diese Tasten drauf, die dann halt an einer bestimmten Stelle eben quasi den Druck übermitteln. Jedenfalls lange hätte ich auch kurzer Sinn. Ich habe das Kabel dann einfach nur weiter nach innen reingeführt, über die kaputte Stelle hinaus, abgeschnitten und neu verlötet. Das machst du da halt. Das ist jetzt, ne? Also heute nennt man das ja so Hip-Upcycling, wie du beim letzten Mal gesagt hast. DIY, alle. DIY. Und ja, das hat, also das Ding funktioniert bis heute. Also top. Richtig gut. Aber ich fände es halt cool, wenn das, wenn jedes Stream der kalten, ähm, ein Stecker, ein Kabel zum Anschließen hätte. Wie das Große. Ja. Wie das Große. Ja, das wäre ja schön. Das würde ich auch fühlen. Ich habe übrigens, äh, die letzten zwei Male mein Herz über FaceTime angeschlossen. Ach so, mit, äh, Sallis Mann? Ja. Und nee, letztes Mal mit Papa. Das war wild. 40 Jahre im Dienst, Elektriker. Graue Haare, sitzt er da. Die sinken. Was willst du machen? Ha? Ja, ich würde, also, ich würde gerne Head anschließen. Ja, braun, braun, blau, blau, schwarz, schwarz, jelb, jelb und den, hier, Masse und den Scheiß. Warum rufst du an? Bist du blöd? Kannst du nicht Farben puzzeln? Oder was? Ich so, Mann, in dem Kabel ist nicht alles, passt nicht alles zusammen. Ich will nur wissen, Mann, bist du doof? Dann nimm doch einfach das, was übrig bleibt. Ich so, ja, aber nachher explodiert. Ach, da kann nichts passieren. FI-Schutz ist geflogen. Fum! Naja, danach hat's gepasst. Hat paar Mal gesagt, ist nicht so wild. Kann mal passieren. Dafür ist das ja da, hat er mal gesagt. Ja, aber er läuft. Ist gut. Man kennt es. Man kennt es, ja. Ja, aber das sind so Trigger, das sind so, glaube ich, so Trigger, warum ich das echt nicht mehr so gerne, dass es halt, wenn, vor allen Dingen auch gerade mal, wenn was schief geht. Wenn alles gut läuft, ist kein Problem. Also ich sag mal, Computer zusammenbauen, ist mir jetzt scheißegal, weil da kann keiner irgendwas erzählen, aber gerade so, wenn du, wenn du Rick zusammenbaust und so und, äh, schwierig. Beim Kochen, oh, ich hatte, Alex, ohne Scheiß, ich, pass auf, mittwochs, hier, hab ich ja bei mir, äh, früher mal kochen gehabt und ich koche was und dann hab ich, hab ich gesagt, ich will mal einen Apfelkuchen machen, ne? Mhm. Hab ich noch nie gemacht vorher, hab mir gesagt, ja gut, okay, guckst du mal so halb das Rezept an, weil auch nur so halb und den Rest machst du einfach so, abenteuerlich, wie man halt ist, als junger, euphorischer Single, man will sich halt einen richtig geilen Apfelkuchen machen, weißt du? Und dann sitzt du da und manschst alles zusammen, eigentlich sieht's schon ultra scheiße aus und du weißt eigentlich schon, dass es einen Haufen scheiße wird, aber du machst das Beste daraus, ja? Und dann machst du das und gibst dir Mühe und denkst so, geil, wird schon gut schmecken und dann kommt da so eine Frau rein, also zumindest sagte sie, dass hier eine Frau ist und sie sagte dann so, also ich als 43-jährige Hausfrau kann das so nicht abnehmen, beschäftige dich mal lieber mit deinem Scheiß, den du kannst und zwar Computer spielen, aber da war bei mir komplett die Sendung aus. Alter Verwalter, da war bei mir alles aus. Die hab ich so rund gelutscht, das ging wirklich eine Stunde. Ich bin eine Stunde komplett ausgerastet, weil ich sowas überhaupt nicht abkann. Sie war danach leider nie wieder da. Der Apfelkuchen sah sehr scheiße aus, aber er hat sehr lecker geschmeckt. Es war gut. Das Problem ist nur, ich hatte keinen Zucker im Haus und ich musste braunen Zucker anstatt normalen, raffinierten Zucker nehmen. Das war wild, aber es war sehr lecker. Das dürfte in den meisten Fällen keinen wirklichen Unterschied machen, kann ich dir sagen. Doch, braunen Zucker schmeckt besser. Ja, der hat einen anderen Geschmack, das stimmt, aber bei manchen Gerichten oder bei manchen Backwaren ist dieser weiße, raffinierte Zucker einfach bringt den originalen Geschmack halt mit rein. Also, ich habe auch früher viel mit braunen Zucker gemacht. Es ist aber auch egal, das ist Auslegungssache am Ende. Wollte ich halt sagen, das kann ja jeder für sich selber machen. Aber das finde ich, das finde ich mir so, das sind so Dinge, die finde ich schwierig, weil ich bin so ein experimentierfreundlicher Mensch und ich möchte nicht immer, dass mir irgendeiner was vorkaut und wenn dann nur dieser eine einzige Mensch kommt, ne, dieser eine, nur dieser eine, hast du dir schon mal ein YouTube-Video oder ein Tutorial dazu angeguckt? Ne, habe ich nicht, weil ich es gerne ausprobieren möchte. Und du sagst das halt, du sagst das halt so ganz in Ruhe, ne? Ja, nö, also, ist okay, aber ich möchte das gerne alleine rausfinden. Ja, aber das, was du da machst, ist voll scheiße. Was soll das denn jetzt? Da bin ich ja innerlich komplett getriggert. Und dann denkst du dir so, na, mach doch einfach aus. Mach doch einfach die, mach doch einfach den, den Stream aus und dann hast du dann noch, nee, aber ich will das hier gucken, ich mag dich ja. Na, wenn du mich magst, dann halt doch deine Fresse. Ich habe sie doch in Ruhe erklärt. Ja, jetzt schalte ich aus, du bist ja voll der Wichser. Ich weiß ja gar nicht, warum hier die Leute zugucken. Ja, dann. Was? Was willst du? Woran redest du da? Oh. Aber wirklich, von diesen Menschen gibt es zu viel. Blanchieren. Ja, genau, Blanchieren. Ich mache das erste Mal, ich mache das erste Mal Korolaten in meinem Stream, ja? Also, ich mache schön geschmeidig Korolaten und probiere mich da dran, ne? Und dann Chat so, ähm, ja, du musst aber den Weißkohl blanchieren, damit das alles gut funktioniert, so. Ich weiß mittlerweile, dass man blanchieren muss oder den einweichen muss, aber ich wollte es halt einfach ausprobieren. Ich so, Chat, geht mir doch nicht auf die Eier. Erzählt mir doch, wie euer Tag war, oder sonst wie. Nee, du musst das blanchieren, sonst funktioniert das nicht und die Korolaten schmecken richtig scheiße. Die Korolaten waren scheiße am Ende. Aber wie willst du denn was lernen, wenn du nicht etwas falsch machst? Und das Problem ist immer, dass in der heutigen Zeit, glaube ich, viel zu viele Leute immer instant ein Tutorial gucken müssen. Instant. Und bloß nichts falsch machen. Und dann stehst du in deiner Küche und denkst du so, boah, denkst du, ich kriege das so hin wie Oma früher? Denkst du, auf Anhieb bin ich besser als Oma an der Küche, ohne ein Tutorial zu gucken? Das ist ja immer das Aufregende daran. Und dann kommt Chat. Der findet das nicht so aufregend. Weil die, also, manchmal glaube ich wirklich, die sitzen schon mit der Missgabel dann vorm Rechner und wollen dich dann einfach schon, sie wollen dich lynchen. Sie wollen dich über den Marktplatz treiben und dir erzählen, was du machen musst. Ja. Schön. Blanchieren, Alex. Wenn du, äh, mal Korolaten machen möchtest, äh, blanchieren. Oder du machst das dann. Ich bin, was Kochen angeht, auch ein sehr, äh, rezeptfreudiger Mensch. Also ich probiere es beim ersten Mal mit, mit Anleitung, mit Rezept. Und wenn ich dann merke, so, oh, hier ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf oder hier würde ich was anders machen, dann mache ich das auch. Oder ich mache es beim zweiten Mal anders. Also ich habe, als ich zum Beispiel angefangen habe, ähm, meine eigene, äh, äh, Tomatensuppe, äh, so Soße, Entschuldigung, Tomatensauce für Nudeln zu machen, so mit, mit, äh, mit, mit Basilikum und, äh, vorher den, den, ähm, Tomatensud mit Zwiebeln und Knoblauch und so weiter einzukochen oder sowas. Ich habe das ungelogen zwei Wochen lang jeden Tag oder jeden zweiten Tag gemacht, bis ich so für mich raus hatte, wann kommt wie viel Zucker rein, wann kommen die Kräuter rein, wann kommt dies rein so, bis ich so mein, bis ich das so perfektioniert habe. Und meine damalige Freundin so, ach komm Alex, jetzt bitte nicht schon wieder Nudeln mit Tomatensauce. Und ich so, ja, es ist aber noch nicht, es ist noch nicht richtig, es ist noch nicht perfekt. Ja, das schmeckt doch gut. Nein, es ist noch nicht perfekt. Alles, wirklich alles. Hier noch mit geraspelten, äh, mit geraspelten Möhren noch mit dazu oder auch dann mal ein bisschen mit Paprika dann noch mit dabei, damit noch so ein bisschen Crunch hat, die jetzt später mit reinkommen oder sowas. So, so tausend Sachen zum Ausprobieren. Das mache ich super, super gerne. Ja, aber das kann man ein bisschen, äh, das kann man auch ein bisschen auf den Magen schlagen, wenn du zwei Wochen lang dieselben Kram essen musst und es, es, es war nie schlecht. Es war immer lecker, aber, äh, ja. Aber, wo wir gerade bei Triggern sind ey, wir haben noch eine Stunde Zeit. Ich bin, äh, ich bin manchmal, wenn es mir auf den Sack geht, dann schreibt jemand das in den Chat und dann, dann, dann nervt, dann, dann schreibt jemand etwas völlig normales, Schlaues in den Chat und das ist, alleine wäre das halt eine ganz normale Aussage, aber dann steht da dieser scheiß Smiley dahinter. Ja. Und ich, und ich, und ich erwische mich dann, wie ich dann jedes Mal sage so, ja, hast du also als Witz gemeint, ne? Und Kasper hier, voll, voll lustig, haha, ne? Lustig wird dem Smiley. Sag mal, in welcher normalen Kommunikation schreibt man denn ein Smiley dahinter oder ein XD in Kappa? Nein, wenn du was ernst meinst, dann lass die Scheiße einfach weg. Das triggert mich des Todes. Das regt mich so auf, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich hatte, oder, ich lese es gar nicht. Ne, das, das kann ich nicht. Ich hab, also das Ding ist halt, ich hab mal eine ganze Zeit dann gehabt, da hab ich, also da hab ich so wenig geschlafen und so viel gemacht, da war ich von dem kleinsten Scheiß getriggert. Ey, ich hasse, ohne Scheiß, auch heute noch, in völliger Ruhe, ich hasse Zwinker-Smilies. Ich hasse diese, Jedes Fümer, jeder Fümer hasst sie. Ey, diese dreckigen, verfickten Scheiß, Zwinker-Smilies, wenn irgendjemand sich so, so drei Meter über dir positionieren muss. Ja, das hätte ich ja jetzt anders gemacht, Zwinker, Zwinker. Und du denkst dir, also ohne Scheiß, das ist auch das allererste. Also da können wirklich, da können 10.000 Leute im Chat sein und alle können aktiv sein. Dieser eine Satz, man kriegt Streamer-Augen dafür oder man kriegt Content-Creator-Augen dafür. Da können 99 positive Sachen drinne stehen, aber diesen einen Typen, den willst du unbedingt zerwichsen. Den willst du dir gleich, den willst du dir gleich nehmen und du willst ihn auffressen. Diese hässlichen Drecks, deswegen sind die bei mir gebannt. Oh, dieser ein, es ist immer nur dieser eine einzige Mensch und ich glaube auch, dass diese Menschen das mit Absicht machen. Na klar, ist ja witzig. Ne, es ist nicht witzig, aber das verstehen sie auch gar nicht in ihrem kleinen Horizont. Das ist wie früher, zu Minecraft-Zeiten, du Hurensohn-Kapper, war gar nicht so gemein. Warum schreibst du es denn? Zwinker-Smileys, ja. Du weißt schon, dass du das blanchieren musst, Zwinker-Smiley. Dann würde ich glaube ich richtig ausrasten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt das ein bisschen. Es ist ein bisschen ruhig geworden im Chat. Wenig Menschen kommen vorbei. No Front ist auch mein Liebling. No Front. Oder, was für mich auch ein absoluter Trigger ist, ist A, No Front und No Homo. Ey, weil No Homo raste ich aus. No Homo habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gelesen. Doch, ich schon. Entweder sagst du einfach, dass du den Typen geil findest oder die Frau oder du hältst die Fresse. Was ist denn No Homo für eine Scheiße? Wie No Homo? Wenn ich jetzt zu dir sage, Alex, ich finde dich, du siehst gut aus und bist ein geiler Typ, voll fucking Homo, aber rein. Das, oh, das regt mich so auf. Da könnte, oh tschu, ich muss aufhören. Sonst geht das hier noch anderthalb Stunden so und dann wird das, nee, nee, nee. Ich finde das lustig. Da sehe ich mich halt noch. Aber, aber bei so einem, bei so einem Sprachgebrauch sind wir ja auch sehr, sehr häufig beim Jugendsprach, mal Jugendspreche und es gibt, weißt du, Digger, Macker, Bruder. Wow, 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 wow. Jetzt steh mal bitte. Nee, 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 nee. Pass auf, pass auf. Ich will auf was folgendes hinaus. Okay. So, so zum Beispiel, zum Beispiel Monte hat, hat einen völlig anderen Sprachgebrauch wie du. Ja, es gibt immer ein paar Überschneidungen, Digger und so weiter und so fort, aber er hat einen völlig anderen Sprachgebrauch. Ähm, ein, 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 boah, wie heißt der gerade? Biber, nicht die Biber Bros, sondern Bibernator ehemals, wenn du den das erste Mal hörst, denkst du auch, der hat, der hat irgendeinen Schaden. Du kannst, du kannst dem ja nicht folgen. Also als jetzt normal, nicht viel mit dem Internet bezogener Mensch, so, weil man halt eben so dieses Denglische nicht so, nicht so kennt und denkt, also was stimmt mit dem nicht so? Man kann ja sich auch normal artikulieren und so weiter, ne? Und da gibt's ganz viele, die so reden. So, und, und wir haben doch einfach nur so ein typisches, ähm, Konfliktproblem zwischen, zwischen, zwischen sehr jungen Leuten und den, der etwas älteren Generation. Aber die junge Generation muss immer die ältere Generation fronten oder herausfordern. Das ist ganz normal. Das ist, das ist, das ist die Natur, das ist Biologie. Fertig. Das stimmt. So, und die ältere Generation, die wird sich immer darüber aufregen, was die junge Generation hat. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir sind damals nicht so frech gewesen, der hat es direkt einen der Löffel gegeben. Ach so, ja, Prügelstrafe war bei euch noch. Okay, das habe ich gar nicht gemeint hier. Ja, Prügelstrafe, das hatte ich vorhin auch. Ich habe vorhin, habe ich gesagt, äh, bei, bei, ähm, als mich immer gefragt hat, wie teuer das Rick ist, habe ich ihm gesagt, wie teuer das ist und habe ihm dann gesagt, ich habe aber auch keine, äh, Familie und keine Frau, keine Kinder, sondern ich bin Single. Und da hat sich jemand darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, dass eine Frau Geld kostet. Weil das ja normalerweise eine Beziehung, wenn du in einer Beziehung lebst und nicht gemeinsam in einer Wohnung lebst, hast du dadurch ja Ausgaben. So, meine Neigung geht ja hin zu Frauen. Alter Falter, ich habe gedacht, die Spinne. Ich habe gedacht, die Spinne. Also, also, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Alex, aber muss man das jetzt anders aufführen? Die Beziehung, nee, warte mal, die, äh, wie sagt man denn dazu? Ausgaben in einer Beziehung sind nicht vorhanden? Muss man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, ob man das so nicht mehr sagen kann, weil dann ist es ja nur mal der Punkt, wo man sich weiterentwickeln muss, ja? Aber wo ist denn jetzt gesunder Menschenverstand hin, verdammte Scheiße? Ich weiß, ich weiß ja, was du gemeint hast und das macht das Problem für die Person, die sich darüber aufregen will, nicht besser. Am Ende des Tages kann man alles politisch korrekt, weichgespült ausdrücken oder weichgespült ausdrücken, eins von beiden so. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du sagst, ich habe hier niemanden, auf dem ich Rücksicht nehmen muss und ich kann hier alles machen, was ich will und alles ausbauen, was ich will und ich habe auch keine Ausgaben durch meinen Lebenspartner, Partnerin, Partner... Boah, jetzt hast du das auch noch gesagt, Alter. Ja, aber am Ende des Tages ist das halt dann dein eigenes Ding so, ne? Aber wenn sich Leute über irgendwas aufregen wollen, dann finden die das und du hast auch immer diese ein, zwei Leute im Chat sitzen, die dir nicht zugucken, weil sie dich cool finden, sondern weil sie sich über irgendwas, was du sagst, aufregen wollen. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber in einer bestimmten Größen hast du immer diese eine, zwei Personen dazwischen sitzen? Immer. Nee, die Person ist schon länger da. Egal. Ich finde das unfassbar schwierig, diese Wortklauerei. Das triggert mich auch übrigens. Hm. Das triggert mich auch, ja. Vor allem, weil du ja, weil man ja selber, man hat ja gewissen Sprech, ne? Und wir reden jetzt nicht von Gendern oder Rücksicht nehmen auf andere Leute, oder Menschen inkludieren, sondern man hat einfach einen Sprech, dass man über die Jahre, äh, selber ja in einer Beziehung lebt, hetero ist, dementsprechend, und sowas sagt, aber nicht in dem Sinne von, man muss... Das andere ist schlecht. Das muss alles so sein, wie ich das mache, weil sonst, weil sonst ist das ja nicht natürlich. Genau. Und das wird ja nicht gesagt. Und ich finde das so anstrengend. Das ist auch so ein Ding, da reg ich mich immer drüber auf. Und dann, wenn du dann mal so ein bisschen tiefer gräbst und der Nächste dann in sein nächstes eigenes Fettnäpfchen tritt, könntest du da eigentlich komplett gleich wieder drüber rasieren. Oh ja. Gegenstrich. Ist so. Naja. Gendern ist aber auch scheiße. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Kappa! Kappa! Ich betone das extra. Gendern ist ja auch Quatsch. Muss man ja auch nicht machen. Ich finde die Themen echt sinnvoll und ich finde es auch gut, über so Trigger zu reden, aber die Gender-Debatte stoße ich jetzt nicht an. Nee, ich möchte die auch gar nicht anstoßen, weil es da auch gar keine Debatte drüber gibt. Und wir sind voll drin. Menschenrechte sind nicht zu debattieren. Ist Fakt. Ist Fakt. Siehst du, damit ist das Thema auch schon beendet. Easy peasy. Und dann sagt, bam! Lass uns doch mal über was anderes reden. Ich habe so einige Trigger damals auch gehabt, und irgendwann habe ich für mich auch, also man entwickelt sich ja auch irgendwie weiter auch als Streamer, auch wenn das vielleicht nach außen nicht immer so ersichtlich ist, aber ich habe mich früher auch viel, 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 viel mehr gerechtfertigt für Dinge, die ich so tue. Das mache ich heute immer noch. Ich erwische mich immer noch dabei, wie mir jemand eine simple Frage stellt und ich dann in meinem Kopf auf einmal so eine riesengroße Verästelung aufbaue und versuche, alles in einen Satz zu kriegen. So, ne? Und das mache ich gar nicht mehr so. Das mache ich gar nicht mehr so wie früher. Und ich lasse mich eigentlich auch nicht mehr super einfach triggern, weil du bist auf Twitch, weil du entertaint werden willst, du bist auf Twitch, weil du verschiedene Arten von Entertainment genießen willst. Manche sind da, um ein bisschen reinzutrollen, manche sind ein bisschen da, um lustig zu sehen, wie du in dem Spiel gut bist oder schlecht bist oder weißt du ja, egal was so, ne? Und wenn einer was in den Chat schreibt, dann hat der wahrscheinlich genau wie bei YouTube-Videos, wenn da jemand was kommentiert, nicht unbedingt immer nur das Schlechteste vor Augen und will dem Content-Creator einen vor den Latz knallen, aber der versteht es vielleicht falsch und auf einmal gibt es ein riesengroßes Fragezeichen. So, ich versuche immer alles so simpel wie möglich zu lesen, aber natürlich kommt es immer einer durch und, keine Ahnung, fragt dann oder sagt dann nochmal irgendwas, was gar nicht so böse gemeint war und es rutscht dir irgendwie falsch runter. Oder mein Klassiker ist, dass ich Sachen einfach falsch vorlese, Nils. Falsch. Da steht ganz klar nicht und ich lese und nicht habe ich komplett überlesen. Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Aber das mit dem Rechtfertigen, ich glaube, ich glaube mittlerweile wird Erklärung oder Aufklärung als Rechtfertigung verstanden. Weil, wenn jetzt zum Beispiel bei mir jemand fragt nach Kosten, dann rede ich darüber sehr offen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist ganz schön teuer und ich ihm dann erkläre, wofür das eigentlich ist, hat das weder was mit Rechtfertigung zu tun, sondern mit Aufklärung. Ja, Transparenz halt dann, ne? Genau, Transparenz. So. Das ist ja genau dasselbe wie zu mir, seitdem wir diesen Cast hier auch haben. Sehr oft gesagt wird, dass ich flexe. Was aber auf der anderen Seite weniger was damit zu tun hat, sondern es ist einfach transparent. Und ich dir ganz offen und ehrlich sagen kann, was der ganze Shit kostet. So. Und ich, also, das mit dem Rechtfertigen verstehe ich doch, wenn du anfängst, dich über Dinge zu unterhalten und Menschen versuchst, etwas zu erklären, rutscht das immer sehr schnell auf der Gegenseite oft, sehr schnell oft in die Rubrik, der rechtfertigt sich jetzt. Mhm. Aber im Grunde genommen, wenn du dir die Frage stellst und dir jemand eine offene, ehrliche, ausführliche Antwort gibt, wird es als Rechtfertigung verstanden. Ja, das stimmt. Aber, aber, also, ich habe jetzt nicht aber gesagt. Weil bei vielen Content Creatern siehst du aber auch, dass sie, dass sie dann gerne mal Sachen rechtfertigen, weil sie etwas haben möchten oder weil das der Gewerbepartner ist oder weil das halt irgendwie so ist. Also es ist völlig okay, dass jemand sagt, hey, dieses Produkt von deinem Werbepartner ist aber schon ein bisschen teuer und du sagst, ja, das ist ein bisschen teuer. Das ist ein Premium-Produkt oder die haben halt einen größeren Support oder weißt du ja geil was. Oder im Vergleich, kostet das ein paar Euro mehr, aber wir alle stehen auf Markenklamotten, also nicht alle, ich stehe nicht auf Markenklamotten, aber man steht auf gewisse Marken und das kostet halt ein bisschen mehr. So, und das hat folgende Vorteile. Klassisches Beispiel, ein klassisches Beispiel, die Keylights von Elgato. Top Teile, finde ich super, kannst du per App steuern, dies, das. Und dann kommt halt so, ja, aber die und die sind aber besser und so weiter. Dann sage ich, nee, die sind nicht besser, die haben keine App-Steuerung. Ja, braucht man nicht. Ich sage, ja, aber du kannst es doch nicht miteinander vergleichen, wenn die Steuerung nicht da ist. Mittlerweile gibt es Geräte, die man auch per App steuern kann, aber die haben keine Stream Deck-Integration, ja, also wieder Äpfel mit Bieren, so, ne? Schwer miteinander, solche Sachen zu vergleichen. Also, ich meine, das mit den Rechtfertigen, das passiert relativ schnell, wenn man, wenn man ein gewisses Ziel halt verfolgt. So habe ich das zumindest bei vielen wahrgenommen. Und dann kann es immer noch sein, dass ich das falsch verstanden habe. Sowohl der ich als Zuschauer, als auch ich als, als Streamer in der Richtung. Es, es, es ist ein Minenfeld. Es ist einfach ein fucking Minenfeld. Es ist auch ein Minenfeld, ja. Also, du wirst ja nie das verstehen, was der, was derjenige dir sagen will. Da helfen, da helfen ja auch keine Emotes. Und gerade solche, solche Gespräche sind halt schwierig. Aber wir kennen ihn alle. Alles an einer Steckdose, Zwingers, mei, das würde ich ja sagen. Ich habe bei mir alles an zwei Steckdosen. Das hat aber den Hintergrund, dass ich zwei, ähm, diese smarten Funksteckdosen benutze. Und, äh, die sind wiederum in einer Gruppe. Und wenn ich die einschalte, höre ich sogar, dass die ein kleines Delay haben. Also, ähm, also, die werden halt so klick, klick eingeschaltet. Was normal ist? Was folglich normal ist. Und dadurch, äh, verteilt sich halt die Last von alles, was hier an dem Tisch ist und alles, was auf dem, äh, ich sag jetzt mal Computer-Audio-Part ist, wird halt getrennt voneinander, ähm, quasi mit Strom versorgt. So, und die Einschalt, äh, die Einschaltspannung ist halt bei mir, bei meinem kleineren Setup, äh, deutlich, äh, geringer und, ähm, verteilt sich gut. Habe ich keinen Stress mit. Hier ist auch noch nie die Sicherung rausgefogen, die letzten, im letzten Jahr. Also, in Berlin ist mir sehr häufig die Sicherung rausgefogen. In Ascheberg mir auch, aber frag nicht wie. Aber holler die Waldfee. Aber es ist schön, dass du Smart-Steck-Tosen benutzt. Finde ich gut. Ja, ich bin da von jemandem inspiriert worden, das mal auszuprobieren und bisher funktioniert das sehr gut. Ist fetzig, ne? Ja, ja, äh, 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 nächstes steht dann halt der Home Assistant mal auf dem Plan. Aber ich hab noch nicht so richtig die, ich hab noch nicht für mich meinen Use Case, wo ich, wo ich sagen würde, so, das möchtest du jetzt haben. Ich hab mich da schon umgeschaut, ich hab geguckt, was ich damit machen kann. Ich hab gesehen, dass es auch eine Paid Subscription gibt von einem Fünfer im Monat, was man dafür bekommt, dass man halt dann zum Beispiel auch die, die, ähm, die Google-Sprachsteuerung dann darüber extern anbinden kann, was man auch ohne das hinbekommt. Ich hab auch Anleitungen dafür bekommen. Ne? Also, also, ja, es ist ein sehr, sehr weitläufiges Feld und es gibt zwei, drei Sachen, die finde ich ganz cool, aber die brauche ich nicht. Und, äh, nur weil ich, weil ich es dann hätte, möchte ich es nicht haben. Also wenn, dann würde ich mir das nur aufsetzen auf einen Raspberry oder sowas, der, ähm, wenn ich wirklich eine gute Anwendung dafür hätte und nicht nur einfach so von wegen, ich hab das jetzt. Also, ja, ich bin noch nicht so ganz gehuckt, weißt du? Wie? Ich bin noch nicht so ganz gehuckt. Oh. Es kommt noch, es kommt noch, es kommt noch. Es ist, ich bin noch auf dem Weg. Okay, okay. Ich bin noch nicht so ganz gehuckt, sagt der Marga. Eieieiei. Als Staubsaugerroboter hast du ja auch nicht, was du gesagt hast, ne? Doch, doch, der steht oben. Ähm, was heißt, kennst du Open Hub? Steht bei mir gerade im Chat? Äh, ja. Da gibt's die Cloud dort gratis. Was ist, ist das Pendant, ist das Konkurrenzprodukt zu, äh, könnte man sagen, ja. Hm, okay. Also, ich wüsste, was, ja. Was mich, was mich beim, beim Home Assistant sehr anspricht, sind, worüber wir letztes Mal schon gesprochen haben, diese Scripting-Funktionen, dass du, dass du beispielsweise sagen kannst, ähm, diese Steckdose darf nicht ausgehen, wenn ein bestimmter Threshold nicht unterschritten ist. Also, dass man nicht versehentlich die Steckdose ausschaltet durch ein Sprachbefehl oder durch, durch ein Command oder sowas, ne. Dass dann ein Skript läuft und sagt, okay, alles klar, wir machen mal eine Prüfung. Nee, da laufen noch so und so viel Watt drüber, also darf die nicht ausgehen. Das heißt, ich mach meinen Computer ganz normal aus, ne. Windows runterfahren, dies, das. Und sage dann, mach fertig und dann werden die Dosen erst aus. Sowas find ich spannend. Und da gibt's ja unendlich, unendlich viele Anwendungsszenarien, äh, die, ich, ja, ab und zu hab ich da ein paar Sachen im Kopf und ich glaube, da hab ich Bock drauf. Warte mal, bis du Bewegungsmelder entdeckt hast. Lampen? hab ich, ja, hab ich mir früher schon Gedanken zugemacht, das find ich uninteressant für mich. Ich weiß, was du meinst. Ich kenn das auch, ein Kollege von mir hat sich vor Jahren schon, äh, die haben so eine relativ dunkle, in Anführungszeichen dunkle Treppe, ähm, von der oberen zur unteren Etage und, ähm, der hat auch mit einem Raspberry, mein ich, wär das gewesen, ne Bewegungssteuerung, äh, die, wenn er, ähm, die Treppe runtergeht, dann, dann sind, dann sind, jede Stufe ist eine indirekte Beleuchtung und die, und jede Stufe wird einzeln beleuchtet. Das sieht so geil aus und du siehst es nicht, selbst wenn du von unten guckst, du siehst es halt nicht, weil das so richtig schön versenkt, versenkt ist, du siehst kein einziges Kabel, nicht sehr, das perfekt gemacht und das ist halt auch bei Bewegungssteuerung, oben und unten, ne, du gehst die Treppe hoch und auf einmal leuchtet, fährt die Beleuchtung so, so hoch und dann nach ein paar Sekunden, wenn du oben weg bist oder eine Minute, keine Ahnung, willst du dann halt wieder runter. Finde ich top, finde ich super. Aber ob ich das jetzt so haben möchte, dass bei mir dann permanent so ein, so ein, so ein, deshalb so ein kleines System läuft, was die ganze Zeit wartet, dass es aktiviert wird und Strom frisst, weiß ich nicht. Aber sowas schon. Das steht außer Frage, Alter. Also falls, gesetzt den Fall, falls ich mal ein Haus bauen sollte, dann, ich hab einen sehr, äh, sehr guten, also Freund, als auch Mod, ich glaub, den werd ich ja dann zwei Monatsgehälter in die Hand drücken und sag, jetzt machst du mal lange frei und dann ist aber kompletti. Da wird komplett ausgerastet. Da wird es keinen einzigen Lichtschalter geben in diesem Haus. Nen. Keinen einzigen Lichtschalter. Da wird nix mehr mit Schalter gemacht. Hab ich gar keinen Bock drauf. Ah, Lichtschalter find ich sehr sinnvoll. Nein. Wirklich. Also ich bin ein großer Freund von Lichtschalter. Ich verstehe, ich verstehe, dass man Sachen per Bewegungsmelder, per Sprachaktivierung, per Appsteuerung ein- und ausschaltet, dass man Skripte laufen lässt oder was auch immer. Finde ich alles super, aber so der klassische Lichtschalter, du kommst in den Raum und du machst ihn einfach fucking normal mit dem Schalter ein- und aus, bin ich ein sehr großer Freund davon. Naja, heiße ich wie die Pest. Ich laufe mehr dunkel in meiner Wohnung nachts rum als mit Licht. Ich hasse Lichtschalter. Es sind verschwendet, es sind, es sind wirklich, das klingt super, super dämlich, aber das sind zwei verschwendete Sekunden, die man in der heutigen Zeit nicht verschwenden braucht. Und das ist ja das Geile an Automatisierung, du verschwendest keine Zeit mehr, keine sinnlose Zeit. Wenn ich mir überlege, nur ein Staubsaugerroboter, wie viel Zeit mir ein Staubsaugerroboter spart in meinem Leben, die ich verwenden kann, um andere Sachen zu machen. oder das hier einfach nur, 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 nur das Büro ausmachen. Wie viel Zeit mich das sonst kostet, jeden Kippschalter einzeln anzumachen oder einfach dem dämlichen Handy sagen, mach die Scheiße aus. Das sind 30 Sekunden. Aber du hast schon, ja, aber du hast schon ein System, dass dann jeder Kippschalter quasi einzeln ausgeschaltet wird. Das habe ich auch, ja. Hm. Aber das mache ich auch nur, damit ich Strom sparen kann, weil ich das unsinnig finde. Ich, das finde ich unsinnig, dass Dinge laufen, die man nicht braucht. So, und er, also, dann dazu noch, ist diese Leiste dazu da, um genau diese Überspannung, von der wir geredet haben vorhin, noch zu variieren, damit nicht immer alles einzeln angeht, weil ich habe keine, noch keine vernünftige Möglichkeit gefunden, noch nicht, das smart zu gestalten. Weil, wenn ich das smart gestalten würde, würde ich wahrscheinlich einfach eine Steckdosenleiste nehmen und da sechs Dinger reinzimmern, aber da bin ich noch bis jetzt nicht so ein großer Freund von, weil, äh, das ist noch nicht so fetzig. Aber Automatisierung und, und die Möglichkeiten, die man heutzutage alle hat, mit Bewegungsmelder und, äh, Kameras in deiner Wohnung und, das ist einfach unfassbar geil, die Möglichkeiten. Oder du gehst aus dem Haus und deine ganze Wohnung geht einfach raus. Es ist so geil, nix mit in jeden Raum reingehen, gucken, ob dein Herd aus ist, diese ganze Scheiße fällt einfach weg, weil du gehst raus und es ist aus, fertig. Das spart so viel Zeit und Nerven und lebt sich so viel angenehmer, weil es einfach zehn von zehn ist. fühle ich einfach so sehr. Und wie gesagt, wenn ich irgendwann ein Haus haben sollte und wirklich mal baue, äh, dann raste ich da komplett aus. Dafür spare ich jetzt schon. Dafür gehen jeden Monat, gehen, gehen 50 Euro weg, nur dafür. Nur explizit dafür lege ich jeden Monat 50 Euro weg, dass ich da komplett ausrasten kann. Da musst du aber lange, also dafür musst du, also wenn's 50 Monate nur sind, dann kannst du da aber echt lange 50 Monate, also Monate anlegen. Ja, das ist nur Alibi, Alex. Das ist nur Alibi, um zu sagen, ja, ich hab was weggelegt. Das große Ganze nimmt man dann natürlich von woanders nachher, logischerweise. Aber es ist schon mittlerweile gar nicht so wenig. Außerdem hab ich ja auch schon so viel. Also ich hab ja schon viele, viele Sachen auch gekauft. Ich find's spannend. Ich find's, wir landen immer irgendwie wieder bei der, bei der, bei der Automation oder bei, äh, bei, 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 smarten Dingen, die, äh, anstehen. Ich hab, ich hab mich da bewusst vor ein paar Jahren gegen entschieden, äh, immer weiter alles smart aufzubauen, als das so den ersten großen Hype hatte und, ähm, ich hab mich gefragt, was brauch ich davon wirklich? Lichtsteuerung fand ich schon immer spannend, aber fand ich nicht so prickelnd und ich hatte keinen Bock auf die Philips Hue Sachen. Ähm, hat mich nicht so getriggert. Ich fand das doof, dass man immer so ne Bridge braucht und, äh, also gerade bei Philips halt, dass man so ne Bridge braucht, dass man das nicht irgendwie auf vorhandene Systeme und wir reden halt darüber, dass man hier quasi immer irgendwelche Computer hat, über die man das laufen lassen kann, ähm, halt irgendwie nutzen kann. Ja, ne Bridge macht Sinn, keine Ahnung, äh, keine Frage, gerade wenn man halt viele verschiedene Geräte hat, die man ansteuern kann. Ich weiß gar nicht, wo die, wo das Limit bei so ner Bridge liegt. Das wird ja auch nur ne bestimmte Anzahl von Geräten dann unterstützen, ne? Keine Ahnung, hab noch keinen Limit gefunden. Okay, und, ähm, aber dann, sowas wie, keine Ahnung, du hast ne, du hast ne Fenster-Kipp-Schalter-Warnung, dass du weißt, oh ja, mein Fenster steht auf, oder, also, ich bin, ich bin ein Freund von, von, von smarten Thermostaten, die ich halt über meinen Router steuern kann, oder per App, ja, dass ich sagen kann und da auch dann halt ne, ne, ne Timeout programmiere, nach dem Motto, ich hab das eigentlich negativ programmiert, also ich hab das nicht positiv programmiert, ich möchte nicht, dass morgens mein, mein, mein Badezimmer warm ist, sondern ich hab das so eingestellt, dass, dass meine, meine, meine Grundtemperatur immer sehr niedrig ist, das heißt also, wenn ich, ähm, im Winter, ähm, hier mein Büro heize, dann soll immer um zwei Uhr nachts, ähm, die Kiste runterfahren, oder um ein Uhr nachts, oder keine Ahnung, you name it, ja, auf die Weise kann ich halt nie wieder vergessen, mein, ähm, meine Heizung auszuschalten, so. Und ich muss sie aber per Hand einschalten, weil, weil ich das nicht nutze, ich brauche das nicht, diese Wohnung ist insgesamt sehr warm. So, und das ist eine dumme Automation, das ist kein schlaues Skript, das erkennt nicht, dass ich nicht da bin. So, natürlich könnte man das jetzt noch koppeln, natürlich kannst du sagen, hey, ähm, die Heizung hat gar nicht an zu sein, wenn er nicht da ist, ne, klar, keine Frage, das muss sich alles automatisieren. Kannst du doch ein Home-System wahrscheinlich reinmachen, wenn das geht. Mhm, ja. Und dann kannst du das ja machen. Und dann guckst du, fragst du ab, ob dein Telefon, äh, im WLAN ist, wenn es nicht drinnen ist und weg ist, geht die Heizung nicht an, fertig. Dann musst du das für deine, äh, Lebensabschnittsgefährtin machen. Und wenn beide Telef, wenn deine beiden Telefone nicht im WLAN sind, gehen die Dinger aus. Oder dann fühlen die Dinger aus. Wie gesagt, ich mach meine, ich hab, ich hab's bei mir aktuell so, dass ich, dass ich, äh, nur diesen Raum hier heize, ansonsten im Winter wird hier, also ich hab nichts anderes geheizt letzten Winter, ne, die Wohnung ist insgesamt sehr warm und auch nur, wenn ich hier sitze und arbeite. Und für mich hat's funktioniert. Ja. Also da bin ich dann bei dem Punkt, dass es sich nicht lohnt, für mich, da viel Geld in die Hand zu nehmen, um Sachen einzubauen, die ich dann am Ende nicht nutzen würde. So, Licht find ich gut, ähm, Stromsteuerung find ich sehr interessant, gerade auch hier so für Computer, et cetera, dass man's halt auch nicht, dass nicht vergisst, äh, den ganzen Kram auszuschalten oder dass man halt die Möglichkeit hat, es remote auszuschalten. Und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wenn du eine Möglichkeit hast, dass dein System erkennen kann, ob du da bist oder nicht, zum Beispiel anhand von, NFC oder vom WLAN, also von, ähm, von, von, von Handys oder sowas, das find ich gut. Das find ich interessant. Da bin ich dabei. Das wird noch viel passieren. Ich hätte super gerne Schalosien, automatisierte Schalosien. Find ich auch spannend. Müsste ich hier bei mir aber mindestens, ähm, eine Steuerhinheit austauschen, weil die, die hier drin ist, die ist, die ist, die ist dumm, die kann nur per Lichtschalter, sag ich jetzt mal, per Schalter an der Wand ein, äh, hoch und runter fahren. So, und das müsste ausgetauscht werden. Da das aber eine Mietwohnung ist und da ich hier auch wahrscheinlich nicht endlos lange wohnen bleibe, werde ich das sicherlich nicht einbauen. Auf keinen Fall. Und auch vor allen Dingen nicht, weil ich ja den netten, ähm, ähm, Monteur, der, der Firma kennengelernt habe, zweimal, der ist, das ist so ein Arschloch, so, so gesehen, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat dann, der hat hinten letztens den Motor da ausgetauscht, es stehen drei Leute in diesem Raum und er so, er wird halt nicht hoch, wenn das, wenn das nicht, wenn das hochfährt und dann, wenn du es in der Mitte ausmachst und es knallt runter, ist der Motor kaputt. Und drei Leute in dem Raum so, ja, wie ist der Motor kaputt? Wir sehen doch, dass es nach oben fährt. Nee, ist der Motor kaputt. Und er hat uns, hat sich einfach, wie so ein, wie so ein, wie so ein abgehobener Administrator, hat sich nicht herabgelassen, um zu erklären, was damit kaputt ist. Bis er dann in so einem Nebensatz beim Rausgehen gesagt hat, ist die Bremse kaputt in dem Motor. Ach so, dieser Motor hat also auch eine Bremse. Vielen Dank für diese Information. Dankeschön, jetzt verstehen wir das auch. Und dann hat er einen Satz gedroppt, den fand ich für Freitagsmittags sehr dreist. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, das jetzt noch auszutauschen. Und du bist Tester und denkst dir so, ich bin doch jetzt der Kunde. Müssen wir jetzt einen Termin machen? Wie lange dauert das denn? Ja, so 20 Minuten. Fand ich nicht so nett. Aber ist egal, der hat uns noch ein bisschen anders geärgert, ein bisschen getriggert. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so unsauber arbeitet. Oder so viel Dreck hinterlässt. Und dann im Rausgehen so nebenbei so den Satz droppt so, ja, die paar Krümel machen sie dann weg. Was ist, wenn ich Nein sage? Geht er dann trotzdem raus? Also das hat mich echt geärgert. Das hat mich wirklich geärgert. Sehr, sehr, ja. Aber wahrscheinlich hat mit der Firma mein Vermieter irgendwie ein Deal oder die kennen sich schon länger, keine Ahnung was. Also da wird halt auch viel kumpelmäßig gemacht hier so in dem etwas dörflichen Bereich, man kennt es. Und da habe ich keinen Einfluss drauf. Und da werde ich hier sicherlich nicht in diese Wohnung noch irgendwie Sachen kaufen oder verbauen lassen, die dann auf jeden Fall hierbleiben. Ich sehe mich schon dieses Gespräch mit einem potenziellen Nachmieter, Nachmieterin, Nachmieter, Doppelpunkt innen. Ja, wir haben hier so eine smarte Steuerung. Da habe ich 300 Euro für ausgegeben. Also sie als Nachmieter, Mensch, also sagen wir 150. Und die Person sagt, nö, brauche ich nicht, ich baue aus. Und du stehst da und hast dann deine smarte Steuerung und denkst dir so, ja cool, danke. Ja, dann baue ich die halt wieder aus. Ich nehme sowieso mal alles mit, was mir hier gehört. Ich habe meine Klimaanlage in Berlin auch wieder ausgebaut. Ja, normal. Warum? Die ganzen, ich habe alle Lahn-Dosen rausgezogen. Ich habe, keine Ahnung, ich habe 500 Meter Lahn-Kabel aus der Wand gezogen. Das ist mein. Ja, Moment, bei dir war das aber auch so, dass du doch einen Stress mit deinem alten Vermieter da hattest. Dem wolltest du das bestimmt nicht schenken. Nee, hatte ich nicht. Ich habe mit denen keinen Stress gehabt. Ich habe die Scheiße mitgenommen, weil mir das gehört. Ich habe die Dosen, habe alle dort, liegt alles oben im Keller. Ich habe hier 300, 400 Meter, Kat 7, nee, Kat 6-Kabel. Das ist alles meins. Was ist doch nicht da. Was soll die Scheiße denn? Wo kommen wir denn da hin? Geschenk gibt es hier nichts. Aber da ist so, so die Dinger hier, da werde ich mich, glaube ich, auch nochmal ranmachen. Einfach so morgens, wenn der, dann gibt es ja auch so schöne, schöne Wecker, die so mit, mit Tageslicht und so ein Scheiß und dann fährt alles hoch und ah, da sehe ich mich halt einfach. Ja, ich sehe mich hier eher im Streaming-Bereich, ne? Also, es gibt ja dann bestimmt auch sowas wie ein, sowas, ich fände das richtige, in den richtigen Worten, das wortige Worten ich dafür habe, so eine Art Lichtmesser, wenn ein bestimmter Lichtwert überschritten wird, dass man dann automatisch, dass die Jalousien runterfahren, das finde ich super. Weißt du, dann hast du immer dieselben Lichtverhältnisse in deinem Studio, weil dann, you know, du weißt, wovon ich rede. Ja, also, deswegen ist ja auch immer zu, weil immer dieselbe Lichtverhältnisse. Ja, genau. Ja, smart ist schön. Kann man echt viel machen. Da kann man echt, da kann man sich wirklich austoben, da gibt es echt tolle Sachen. Und so Fertigsysteme mittlerweile auch ganz gute. Also, du kannst natürlich viel DIYen, aber ich finde halt, ich habe keinen Bock auf DIYen mehr, bin ich ganz ehrlich. Wenn das zu kompliziert wird, habe ich da keine Lust mehr darauf zu doktoren. Ich verstehe. Nee, da gibt es andere Sachen so, da kannst du gerne rumdoktoren, so. Aber sich in alles, ich habe mit Home Assistant, habe ich sehr viel Hilfe gehabt von meinem Mod und Kollegen. Und das war sehr, sehr schön und auch dufte. Aber alleine würde ich die Scheiße, glaube ich, auch nicht mehr machen, und das ist mir einfach zu wild. Weil man würde, das Ding ist halt, du wirst auch nicht mehr jünger und du brauchst halt immer länger, um die Scheiße zu verstehen. Also, wenn du jetzt nicht unbedingt so in dieser Programmierungsschiene unterwegs bist, dann, als Programmiererschiene, dann fällt dir das halt irgendwann einfach super schwer, solche Dinge zu lernen. Und ich habe mir halt, vor ein paar Jahren, habe ich mir gesagt, ich mache das, was ich kann und ich lerne immer so Kleinigkeiten noch dazu, aber das, was ich absolut gar nicht kann, lasse ich einfach weg. Und dann hole ich mir jemanden, der das kann. Okay. Weil ich denke einfach so, wenn jeder alles kann, dann braucht man sich mittlerweile dann nicht mehr und dann ist man nicht in Abhängigkeit von anderen, was cool ist, aber es ist auch geil, jemanden zu kennen, der so seine Profession kann so und das, das dann dem zu überlassen, ist schon geil. Weil das wird dann einfach auch viel geiler. So, ich meine, wir können uns alle in der Garage in der Werkstatt zimmern und ein bisschen mit den Dings hier, mit der Säge und können uns wahrscheinlich auch einen Schrank bauen, aber wenn jetzt ein Tüschler ist und sagt, hey Magga, ich kann tüschlern und sag dir so, hier, pass auf, ich zimmer dir da für dat, dat, daten Schrank hin und dann gibst du mir einen Trinkgeld nach oben drauf, schwarz auf eine Kette, denn da wird gar nicht diskutiert, zieh durch, ab den Lachs. Weil es halt zehnmal bei den Lachs ist. Da sind wir wieder beim Lachs. Bei was? Da sind wir wieder beim Lachs. Naja, das Ding ist halt, die Leute, so Handwerker, Magga Handwerker, also ich, wenn ich welche kenne, die küsse ich mit der Hand, Junge. Die küsse ich alle, die trage ich auf Hände. Also jeder, der so seine Profession hat und, also nicht, weil man von denen was haben kann, sondern einfach, weil die, die können dir schon mal dein Leben retten für ein Wochenend-Ausflug, wenn du verstehst, wie ich meine. Auf Rechnung natürlich. Mhm. Auf Rechnung natürlich. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich, so der Mensch, wo ich, wo ich, also zum Beispiel bei einem Auto, sagen wir einfach mal nur ein Auto, so eine kleine Delle rausmachen, kannst du ein YouTube-Video angucken, kannst du auch machen. Würde ich niemals machen. Weil ich kenne mittlerweile so viele Leute, die Autos reparieren und dann sage ich mir, du, pass auf, du hast Kinder, kommst am Wochenende vorbei, machst du für 200 Flocken, machst du das Auto wieder frisch. Boah, das ist viel zu viel. Ich sage, mach das Auto wieder frisch und dann macht er das Auto frisch und dann ist alle chicky lucky. Und das ist halt für mich persönlich viel, viel mehr wert, als sich ein YouTube-Video reinzuballern und die Sachen selber zu machen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin in der komfortablen Position, das auch zu tun. So. Also meine Küche zum Beispiel hat auch ein Kollege von mir aufgebaut und der hat sich auch die Zeit dafür genommen. Den habe ich dann ein bisschen was in der Hand gedrückt und habe gesagt, danke schön, dass du vorbeigekommen bist, hast die Getränke, pipapo und dann und es ist viel geiler, als wenn du, also es ist wirklich geiler, als wenn man das selber, oh ja, cheers. Es ist halt viel geiler und wird viel besser, weil die Leute halt eine Profession haben da drin. Ahnung von der Materie haben, schon klar. Genau, Ahnung von der Materie haben wir. Richtig. Schon klar. Weil es gerade bei mir in meinem Chat steht, meine Thermostate habe ich ganz normal von AVM genommen, Standard, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht die beste Wahl sind, wenn man die irgendwie in sein System integrieren möchte, weil die vielleicht irgendwie ein bisschen gehandicapt sind und nicht so gerne mit anderen Sachen reden. Ich weiß es nicht, ist mir aber auch wurscht, weil für meinen Anwendungszweck, als ich sie gekauft habe, war das schon, das war schon Future. Also das war so dieses, die Lebensgefährtin hat sich halt nicht mehr den Arsch morgens abgefroren, weil das Badezimmer war halt morgens warm. Und ja, jetzt benutze ich es halt nur noch umgekehrt, dass ich halt nicht selber vergesse, meine Heizung auszumachen. Fertig, aus. Das ist auch, also wo du das gerade gesagt, wo du das gerade sagst, ne? Also ich habe ja dieses Jahr, bin ja hierher gezwungen, habe Fußbodenheizung. Ich bin das allererste Mal in 36 Jahren mit T-Shirt und kurzen Hosen im Winter in der Wohnung gewesen. Ey, du weißt wirklich nicht, Alex, also ich habe wirklich zu Hardcore-Zeiten nie geheizt, was super ungesund ist, by the way, auch für das A-Mauerwerk und für das ganze Haus, aber super wenig geheizt. Und das war für mich so richtig abgespaced scheiße, im Winter mit Socken, kurze Hose, nicht drei Paar Socken und lange Hose und drei Pullover einfach durch die Wohnung zu laufen. Das war völlig abgespaced. So richtig abgespaced scheiße. Vor allem, weil in Berlin haben meine Heizungen nie funktioniert. Das war noch viel, viel krasser. Da ist halt jemand, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, da hat jemand im Büro meine Heizung entlüftet, weil das habe ich nicht selber machen lassen, weil sonst kriegst du Ärger vom Vermieter, pipapo. Und alter, ohne Scheiß, der stand da 45 Sekunden an der Heizung, bis die leer war. Da war so viel Luft drin und dann irgendwann habe ich mir nach, also das habe ich jetzt, ein Jahr habe ich das gemacht, im zweiten Jahr auch nochmal, übrigens zweimal in einem Winter und da habe ich irgendwann gesagt, komm ficken, Heizen ist nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier so, wo du jetzt von dem Heizen sprichst, das ist einfach, das ist eine ganz andere Welt. Aber leider ist das nicht smart, das ärgert mich ein bisschen. Weil ich würde das gerne anhand der Außentemperatur, würde ich das gerne anpassen lassen. Damit man nicht immer durch alle Räume gehen muss, weil das verbraucht so viel Zeit, verstehst du? Das sind wieder so die zwei, drei Minuten, wo du in alle Räume musst und dann die Thermostate drehst. Finde ich nicht geil. Es gibt da bestimmt eine zentrale Steuerung. Das gibt es bestimmt auch. Nee, nee, hab ich schon gefragt. Aber ich hab auch schon gefragt, ob wir das mal in einem modernen Standard upgraden könnten. Ich war mal so nett. Ich schlag das immer, ich hab ja ein gutes Verhältnis zu den Vermietern, ich schlag immer gerne Sachen vor, die dann immer so, wow, sowas gibt's. Ich so, ja, ja. Das ist halt schön. Ist gut. Okay. Also das mit dem Heizen, ich hatte, da bin ich in der glücklichen Position, dass ich in einem Sechsfamilienhaus wohne. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber ich wohne in der Mitte, oben. Oh. Das heißt, wenn alle um mich rum heizen, ist meine Wohnung immer warm. Die ist nicht kalt. Geil. Also, ne, das ist schon ganz cool. Selbst im tiefsten Winter muss ich da halt fast gar nicht heizen und das ist schon, das ist schon ganz nice. Ähm, also zumindest bis letztem Jahr, da wohnte noch unter mir so ein älterer Herr, den es jetzt nicht mehr gibt und jetzt bin ich mal gespannt, was mit der, mit der neuen Mietpartei, äh, nächsten Winter los ist. äh, was, äh, was ich da auch noch zu heizen muss oder ob das dann so eine Frostbeule ist. Gibt's ja auch. Ja. Schwierig. Also, ein Berliner hat regelmäßig gefroren, muss ich sagen. Ja, frieren möchte ich nicht. Also, im Winter möchte ich nicht frieren. Das muss schon, das muss schon, das muss schon ein bisschen an, Heizung muss schon an sein. Gerade, also, ich kenn das noch von der Werbetechnik her, wenn du, wenn du montiert hast, wenn du Montage gemacht hast, weißt, egal ob Sommer oder Winter oder so, du hast nicht wirklich gefroren. Ja, das war draußen kalt und das gehört dazu, ne? Aber wenn du drinnen im Büro warst und du warst ein Gans nach im Büro, dann, dann, dann friert dir alles ein und das ist super unangenehm. Also, und das hab ich hier beim PC, wenn ich, wenn ich nur zocke, ähm, hab ich das genauso. So, wenn ich am Computer sitze. Also, also eine gewisse Grundtemperatur möchte ich schon haben. So, das ist dann so der, der Luxus, in Anführungszeichen, den man sich so nimmt. Ne? Aber mein, mein Schlafzimmer oder Badezimmer, das muss ich nicht haben. Wenn ich, wenn ich, wenn ich im Winter nach dem Duschen rauskomme und es ist ein bisschen kalt, dann find ich das ganz gut. Dann mag ich das. Also, früher wär's das nicht gegeben. Da hätt ich gequiekt und hätt gesagt, boah, ist kalt hier, Heizung, Vollgas. Ne. Heute nicht mehr. Ja, ja, das mach ich auch nicht. Aber frieren ist besser als schwitzen, sag ich immer mehr. Ich friere, also ich friere mehr, also ich friere lieber, als dass ich schwitze. Das Einzige ist so, vom frieren kann man sterben. Das ist der einzige Nachteil an der ganzen Sache. Weil ab einem gewissen Punkt wird's ungesund. Aber frieren ist halt so, das Ding ist halt, ich friere, ich fange an zu frieren ab minus 20 ungefähr. Dann fange ich an zu frieren. Und dann geht's langsam los. Aber ich kann, also, das Ding ist bei mir ist so, äh, ich produziere so viel Wärme, dass ich selbst bei minus 10 Grad schwitze. Und dann noch Schlafzimmer heizen, Brudi, da muss ich aber los. Schlafzimmer heize ich gar nicht. Brauche ich nicht. Doch, so ein bisschen. Aber es kommt darauf an, also wenn jemand zu Besuch ist oder Dame im Haus ist, dann, äh, dann willst du ja heizen. Dann ja. Dann musst du ja auch heizen. Ich bin voll am sterben, sag ich dir. Ich sterbe dann. Ey, dann liegst du da, äh, äh, ich kann nicht schlafen, äh, wie 18 Grad im Schlaf. Äh, können wir den Ventilator aufstellen? Oh Gott. Okay, 18 Grad, 18 Grad finde ich, finde ich schon, finde ich noch kühl genug. Aber, aber jetzt gerade, jetzt gerade, äh, wenn es draußen so blöde, äh, Temperaturen hast und du hast so eine hohe Luftfeuchtigkeit, da gehe ich kaputt. Also das kann ich nicht. Also ich, ich könnte auch nie, ich könnte niemals die Bibarrowsers besuchen, die Bibarrows. Es geht nicht. Da, da oben, äh, da Asien, Thailand, etc. Ich würde kaputt gehen. Ich würde kaputt gehen. Das ist nicht mein Klima. Das ist aber auch alles klimatisiert. Das ist anders, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, also in L.A., äh, also als wir da waren und da ist ja auch echt Pottenhitze, da fühlt sich das nicht so doll an wie bei uns. Hm? Weil es so eine Trockenhitze ist wahrscheinlich. Genau, es ist trockener, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Thailand ist feucht auch, ne? Feuchte Hitze ist echt widerlich. Absolut, ja. Nicht mein Ding. Feuchte Hitze ist scheiße, ja. Sehe ich auch so. Ja, äh, Alex, Folge ist fast rum. Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet, so. Ein bisschen, ja. Was hältst du davon, wenn wir die letzten 20 Minuten irgendwie für Zuschauerfragen nehmen? Zuschauerfragen, Vollgas. Um vielleicht was Sinnvolles zu machen, wir reden nächste Woche einfach über Software. Software, ja. Gut, oder? Entschuldigung, dass mein Trigger das ausgelöster Chat ist. Nein. Ich habe Alex dazu überredet heute, es tut mir leid, okay? Es muss dir nicht leid tun. Ich fand das bisher sehr amüsant und ich möchte das nicht gegen Softwaregelaber austauschen. Echt nicht? Nein. Und du hast das vorgeschlagen und hast dich darauf so gefreut. Ähm, äh, 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 äh. Es läuft ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt, dass es verschwindet und wir können nichts machen. Okay, okay, okay. Wie sieht es mit dem smarten Kühltragen aus? Ja, würde ich fühlen. Also, wie smart sollte dein Kühlschrank sein? Es gibt ja die, wenn du drauf tippst, dass man durchgucken kann, dass man erst sieht, was so drin ist, dann muss man nämlich die Tür nicht aufmachen, spart schon mal theoretisch die Energie, die, wenn du aufmachst und reinguckst oder was rausholst, dann, ne, da geht ja immer Energie verloren. Ja, ja, ja. Und dann gibt es auch noch die Dinger, die automatisch die Milch nachbestellen. Die feier ich. So ein Ding hätt ich gerne. Oder eine Einkaufsliste machen und so. Die würde das für ich fern. Ja, aber alternativ eine Einkaufsliste. Das Problem ist, ich möchte das extra immer noch mal betonen, dass, ich weiß nicht, ob man das, ob das schwierig ist heute, aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, das hab ich nicht im Griff. Einkaufen und Ernährung hab ich nicht im Griff. und ich bin jedes Mal sehr darüber erfreut, wenn meine Lebensabschnittsgefährtin das drauf hat. Obwohl es eigentlich gar nicht schwer ist, aber richtig einkaufen gehen, finde ich persönlich, ist schon schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das könnte der Kühlschrank für mich übernehmen. Das wär ja mega geil. Würde ich fühlen. Würde ich richtig fühlen. Aber dann, dann kommst du ja mit deinem Kühlschrank nicht aus. Dann brauchst du ja auch irgendeine Art von Integration und eine Möglichkeit, das Sachen auszulesen in der ganzen Küche, ne? Weil Kühlschrank ist ja nur die halbe Miete sozusagen. Ja, das ist richtig, ja. Das kann ich, das ist einfach so, das ist mein Kryptonit, by the way. Absolutes Kryptonit. Ich glaub, ich hab das mit dem Einkaufen und Einkaufen gehen für Essensklamotten, das hab ich einmal im Griff und dann fünfmal nicht und dann hab ich's wieder einmal im Griff und dann wieder zweimal nicht und dann wieder im Griff und dann wieder fünfmal nicht. Also das ist ganz komisch bei mir. Nee. Also ich, ich merke das immer dann, wenn ich in der Kasse stehe und denke so, hm, ja, da ist jetzt nichts Gesundes drin. Und beim nächsten Mal hab ich das ganze Band nur voll mit Salat, Gemüse und wirklich angenehmen Sachen, also wirklich Lebensmitteln und nicht irgendwie nur so ein Bullshit. Ne, ähm, also das, das pendelt bei mir ganz klar. Ne, das funktioniert bei mir nicht. Also, bei mir ist grundsätzlich notorisch immer nichts einkaufen. Also, der Korb ist voll, aber es ist nichts drin. Kennst du diese, weißt du, was ich meine? Du kommst nach Hause, du kommst nach Hause, packst alles aus und dann hast du festgestellt, ja geil, zwei Kästchen Wasser hab ich geholt, Spitze, ein Joghurt, klasse, einmal Wurst, einmal Butter und was ist so jetzt zum Mittag noch gleich? Oh, ja, da war ja was. Naja, fahr ich morgen nochmal einkaufen. Nächsten Tag sitzt du da, ja, da essen wir halt ein Brot. Wurst ist ja da. Wurst ist ja da, können wir ja machen. Es ist kein Weg. Ich mach das meistens so, dass ich, dass ich einkaufen fahre, wenn ich mir schon überlegt habe, was ich für ein Mittagessen einkaufe und meistens reicht das ja dann für ein, zwei, drei Tage, ne, also meistens ist es ja nicht nur eine Mahlzeit dann so mit dabei und dann kommen automatisch Sachen dazu, die man so braucht, die leer sind, die man nachholen muss und so weiter und ich will auch komplett weg von diesem, von diesem Vorrat, ne, also jeder, jeder hat so Sachen bei sich zu Hause rumliegen, die dann irgendwann vier Jahre, fünf Jahre alt sind, man findet sie auf magische Weise beim Aufräumen das erste Mal wieder, ne, Kapern oder irgendwelche anderen Konservendosen oder weiß der Geil was, ja, die sind noch gut, die sind noch gut, okay, die sind vor 2019 abgelaufen, letztens erst gehabt, ich hab meine Küche aufgeräumt, hab ich live gemacht, war auch nicht, also, es war nicht so entertaining, wie ich dachte, aber, aber es hatte einen gewissen Charme und, ähm, ja, ist so, ist so. also ein smarter Kühlschrank, ich muss dir sagen, ähm, ich find manche Sachen echt cool und witzig, aber ich glaube, dass die, das Gerät für mich nur gewisse Grundfunktionen erreichen könnte, weil, weil, weil ich möchte nicht permanent Milch zu Hause haben, ich möchte nicht permanent gewisse Sachen, die der Kühlschrank erkennen kann, oder das System erkennen kann zu Hause haben, also ich kaufe dafür viel zu unterschiedlich von einem individuell ein, so, in einem Monat, oder in einem Monat, kaufe ich mir nur Sachen für eine, für eine fleischige Ernährung ein und weil ich sie dann in dem Moment brauche und dann verbrauche ich sie auf und im, und im nächsten Moment möchte ich halt bewusst nur, keine Ahnung, mir so einen riesen fetten Salat machen mit, mit jetzt hier so ein paar Kleinigkeiten dazu, ne, so, so die Richtung, also, also ich hab da nicht so diese, bei einer Familie verstehe ich das, die brauchen regelmäßig Milch, weil sonst drehen gewisse Familienmitglieder durch, weil sie keine Milch haben, Nutella muss da sein, Butter muss da sein, das muss da sein, das ist viel, viel einfacher, ähm, das zu automatisieren, bei mir ist das, glaube ich extrem schwierig, Einkaufslisten gute Idee, ne, dass man automatisch Sachen auf Einkaufslisten schmeißt, dass man per Voice Command sagen kann, hier pack das mit auf meine Einkaufsliste, ne, das, da gibt's ja tausend Möglichkeiten, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ähm, find ich super, die, die, äh, die, ähm, Kühlschränke, bei denen man drauf tippt und man kann reingucken, find ich auch spitze, aber ich möchte gerne mal eine Statistik sehen, wie viel Strom braucht dieses, nennen wir es jetzt mal, intransparente Glas, dass man, wenn man Spannung anlegt, durchgucken kann, ich glaube, so rum funktioniert das ja, ne, ähm, wie, wie viel verbraucht das im Vergleich zu, du machst den Kühlschrank auf, also es muss ja eine Statistik, viel weniger, ist doch klar, weil der, der muss ja wieder kühlen, okay, aber die Statistik berücksichtigt nicht, wie oft gucke ich denn wirklich nur in den Kühlschrank rein, das mache ich eigentlich fast gar nicht mehr, naja, das kommt zwei, dreimal, naja, das mache ich zwei, dreimal, aber in der Regel weiß ich ja, oh, ich habe noch einen Joghurt, oh, ich habe noch, keine Ahnung was, und dann gehe ich halt, dann muss ich ihn ja sowieso aufmachen, weißt du? Ja, okay, fair enough, ja, und ich glaube, das kann man nicht so richtig erfassen, aber ja, smarten Kühlschrank, witzige Idee, ne? Soll ich feiern? Witzige Idee. Ich möchte auch einen mit Eiswürfelspender und Wasserspender drin haben. Nee, gar nicht, gar nicht mein Ding, absolut nicht, null, 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 ich verstehe das, ein Kollege von mir ist genau wie so wie du, der hat sich auch extra so ein fettes Amital gekauft, mit Icecrusher und weiß der geil was, ne? Und ich sag so, ja, wir oft benutzen das, ja, am Wochenende immer, ne? Da werden mal ein paar Drinks gemacht und so weiter, ach so, ja, okay, regelmäßig, und wie regelmäßig habt ihr das gemacht? Ja, schon regelmäßig. Reicht, okay, du bist die Zielgruppe, ich bin's nicht. Das Ding ist halt, und da gibt's einen ganz, ganz cleveren Satz, und zwar weiß ich nicht, von wem der kommt, aber eins kann ich dir sagen, haben ist besser als brauchen. Und glaub mir, schon der eine Moment, wenn vier Freunde vorbeikommen, die wollen sich richtig einen reinnadeln, aber volle Krawatte, so richtig schön zwei Flaschen Schnaps in eine Kehle rin brennen, und dann brauchst du keine Eiswürfel machen. Und, ich kenne das von meinem Großvater noch, wenn immer großes Grillen war, und sich da richtig einer, äh, hinter, äh, geballert wurde, Äh, jetzt, lauf mal los, Junge, hol mal ein paar Säcke hier von den Eiswürfeln, ne? Wo du hier Wasser reinkippen musst, verstehst du? Und der macht die mal fertig. Und dann machst du da acht so eine Dinger fertig, schmeißt die da rein, machst wieder acht so eine Dinger, schmeißt die da rein, da wirst du doch baller, baller an der Birne. So machst du da ein Dings ran, machst du einmal Wasser ran, drückst da drauf, kommt Wasser raus, wenn du Eis haben willst, blablabababab, fertig ist. So geil! Ist einfach die geilste Erfindung. Ja, ich verstehe das, aber ich trinke meine Getränke fast auch im Sommer kaum gekühlt und niemals mit Eiswürfeln. Ich bin da, ich trinke keinen Alkohol und ich bin da, was das angeht, mit normalen Getränken völlig, also es kommt im Sommer zwei, dreimal vor, dass ich mal eine Cola oder eine Fanta oder was auch immer in den Kühlschrank stelle, damit sie gekühlt sind. Ich trinke das super gerne mit Raumtemperatur und ich weiß, Leute finden das völlig ekelhaft, ich mag das gerne. Okay, fair enough. Ja, also ich bin da nicht die Zielgruppe, aber ich verstehe, dass es diesen Ansatz gibt und ich verstehe, dass es dieses Produkt gibt und dass Leute da Bock drauf haben, ne? Ja. Chat, weitere Fragen? Komm, jetzt raus, hau raus. Wir haben da auch 15 Minuten Zeit für eure Fragen. Ja, echt, ey. Besser zu haben und nicht gebrauchen, als zu brauchen und nicht zu haben. Und wenn du das viermal im Jahr benutzt, so. Einfach ein Kino Crush, eins von der Tanker holen für 99 Cent. Ja, das gab's früher, aber noch nicht. Und außerdem, das heißt es auch scheiße. Dann musst du zur Tanke fahren, die müssen die Sachen da haben, die sind gerne im Sommer mal ausverkauft. Richtig, guck mal. Es gibt nur positive Gründe. Nur positive Gründe. Der Tacker, das hab ich, oh, jetzt hab ich, der Tacker, das ist ein krampen, alter Ding. Ich hab's auf Twitter gesehen, das hat mir gereicht. Ja, ein Krampenhalter, Dingsi, Bumsi, äh, war das? Ich krieg auch einen. Den gibt's, äh, den, den krieg ich zugeschickt jetzt. Hier. GZ. Das ist, äh, äh, gerade hier, Krampensetzer nennt sich das Ding. Ja. Krampensetzer. Ja, Krampensetzer. Ich hätt noch ein gutes aus, ich hätt was Gutes aus dem Chat. Ja. Und zwar wird das mit dem Thema smarte Steuerung und Co. nicht irgendwann zu viel, dass man Dinge verlernt und nicht zu nichts mehr fähig ist. Ich glaube, damit ist gemeint, dass man, dass wenn einem so viele Aufgaben abgenommen werden, dass man irgendwie verlernt, die simpelsten Dinge zu tun. Und ich würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ich verlerne ja nicht, wie man, wie man Licht anmacht. Ich verlerne ja nicht, mir, mir Sachen zu merken und dann bin, hab ich mal, fällt das System aus und ich bin irgendwie zu blöd, mir einen Einkaufszettel zu schreiben oder sowas. Ich meine, wie oft gehe ich einkaufen und denke so, wenn ich zu Hause bin, so, ah, fuck, du hast das Klopapier vergessen. Oder Butter oder mein Gott, was auch immer man gerade vergessen hat oder sowas. Das kann ich auch sehr gut. Das kann ich auch sehr gut. Das hat jetzt nichts unbedingt mit der smarten Geschichte zu tun. Also ganz ehrlich, und das meine ich wirklich so, wie ich das jetzt sage, ich glaube, ein smartes Zuhause ist in der heutigen Zeit für einen Menschen was unfassbar gut ist, weil er Zeit für sich findet. Denn, nehmen wir einfach nur mal an, und das ist immer das beste Beispiel, was ich da, was ich bringen möchte, du hast ein Kind. Du bist in der, du bist verheiratet und hast ein Haus. Und du musst nicht mehr Staub saugen, weil der verfehlte Roboter das für dich saugt. damit sparst du dir so unfassbar viel Zeit in deinem Leben. Und wenn du das alles zusammenrechnest auf die Dauer deines Lebens, hast du einfach viel mehr Zeit für dich. Und das klingt super dämlich und Menschen lachen dich dafür aus, aber addiere mal, wie oft du dann dein Leben in deiner Wohnung Licht an- und ausmachst. Wie viel Zeit du für dich mehr hast. Pass auf, ich passe das in verschiedene Bereiche an. Das Erste ist, Staubsauger-Roboter ist bei mir ganz klar auf der positiven Seite. Ich habe selber einen Staubsauger-Roboter und ich fühle das genauso und ich verstehe das, dass der Staubsauger-Roboter mir eine Menge stumpfe, einfache Arbeit abnimmt. Der Staubsauger-Roboter nimmt dir nicht ab, deinen Raum sauber zu machen, aber der nimmt so viel Dreck mit aus der Wohnung automatisch per Zeitplanung oder auch einfach, wenn ich ihm sage, er soll das machen oder per Sprachkommando. Das ist so geil, das ist wirklich, wirklich geil. Also das ist wirklich eine Quality-of-Life-Geschichte. Bei Lichtsteuerung würde ich sagen, das ist weniger wichtig, aber das kann nice sein. Das kann, also für mich, für mich kann das nice sein. Für dich ist das essentiell, für mich kann das nice sein. Und die Sache mit, du musst sowieso noch mal abends dann alles ausschalten oder so und du musst dich da nicht mehr darum kümmern, das ist für mich nicht so wichtig, weil das ja auch eine Routine für mich ist. Ich gehe dann noch mal meine Räume ab oder Räume, das hört sich an, als ob ich einen Westflügel hätte oder so. Mach sowieso noch mal so. Das ist so eine Routine. Dann guckt man sich noch mal alles an, ist alles cool, sind die Fans dazu oder sind sie auf, wenn man lüften will. Das brauche ich dann so auch für mich, um dann auch so zur Ruhe zu kommen. Sowas in der Richtung. Das möchte ich gar nicht auslagern. Aber ich verstehe, dass du da einen anderen Ansatz hast und sagst, nee, ich möchte das so und so haben. Also ich kann einfach ins Bett gehen. Ich fall tot ins Bett und das ist alles cool. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob irgendwas anderes ist. Ich fall einfach ins Bett. Fertig. Und das ist halt, also das hilft mir, persönlich extrem runterzukommen. Und gerade, sag ich mal, in jetzigen, also in der heutigen Zeit und das ist wirklich auch meine Begründung dazu, jetzt in der heutigen Zeit, wo Menschen super viel Überstunden arbeiten und auch sehr mit ihrem Leben beschäftigt sind, kann so Klein-Scheiß einfach richtig nervig sein. Und wenn du dir das einfach abnehmen lassen kannst und sei es wirklich nur, also wirklich, Leute, und das meine ich ernsthaft, es gab schon Tage, da war ich so getiltet, da habe ich Lichtschalter geschlagen und nicht gedrückt. Habe ich auch schon gemacht. Hat jeder wahrscheinlich schon gemacht, ganz normal. Ich kann wirklich, also ich kann es mal so sagen, ich habe die letzten zehn Jahre noch keine einzige Maus, keinen Controller und keine Tastatur misshandelt. Ich habe noch nie einen Monitor geboxt, weil das Dumme ist, der Computer ist nicht im Monitor, ja. Aber einen Lichtschalter habe ich schon öfter geboxt. Ja. Oder auch mal eine Tür geschlagen oder so, wenn mir was richtig auf den Sack ging. Und da muss bei mir schon echt eine Menge passieren, aber so ein Lichtschalter, der hat es dann auch verdient. Und er kann da nichts für, aber das ist mir egal. Ich habe auch schon mal einen kaputt gemacht. Ja, passiert halt. Und das sind halt für mich so auf Dauer gerechnet und das ist halt das Smarte an dem Zeug, bringt dir das halt, finde ich persönlich, in den Alltag sehr viel Ruhe rein. Und du hast halt mehr Zeit zum Atmen. Und das, glaube ich, vergessen ganz viele Menschen, dass sie sich Zeit nehmen sollten zum Atmen und so kriegst du Zeit zum Atmen. Weil Menschen möchten auf Sachen nicht verzichten, was normal ist und okay ist, aber sie nehmen sich keine Zeit für sich selber und dadurch, und das ist auch das Einzige, finde ich persönlich, wodurch du das schaffst, aus dem, wenn du nichts verzichten möchtest, mehr Zeit für dich rauszuholen. Und auf die Dauer gerechnet, auf die Dauer gerechnet ist das einfach für mich persönlich mega geil. Es ist teuer, auf jeden Fall. Es bedarf ein bisschen Einrichtungskram, auf jeden Fall auch. Aber du hast halt einfach deine Ruhe. Ey, wenn, also nur, wenn ich, nur wenn ich an meinen Staubsauger-Roboter denke, nur daran, nur an diese eine Kleinigkeit, ach, da kommt in mir innerer, also wirklich innerlicher Frieden und ein Lächeln und dann mach ich den hier und dann bin ich happy. Dein Staubsauger-Roboter fährt natürlich nicht nach dem Chaos-Ponzip ab, sondern der scannt die Wohnung und kann Hindernisse umfahren, fällt nicht die Treppe runter und so eine Scheiße, ne? Aber der kommt nicht damit klar, wenn da irgendwie so ein Kabel oder sowas liegt, richtig? Doch. Fährt nicht dran. Was, was, welches Gerät hast du? Xiaomi, Roborock S6. Den S6, ja. Ich hab zum Beispiel den, die Kopie von einem Roborock, aber von einem S5 und zwar heißt der, heißt die Firma, die den rausgebracht hat, 360, also 360 und der heißt S5. So und der, also sowas wie ein Kabel erkennt der halt noch nicht. Ne? Und da muss man natürlich auch ein gewisses, also ist doch witzig, dass selbst die asiatischen Firmen von anderen asiatischen Firmen kopiert werden, oder? Ja. Ja, aber es ist wie es ist, so, ne? Und das Teil ist halt selber noch so ein bisschen zu dumm, aber ich wollte halt auch nicht meinen ersten Staubsaugerwater noch mehr Geld ausgeben. So, ich hatte mir da so ein Limit gesetzt und hab den dann bei, ich glaub, Gears Best bestellt, ne? Mit CE-Zeichen, das volle Programm, dass es auch keine Probleme gibt in diesem Bereich, ne? Also falls dann das Ding dafür zuständig ist oder hier einen Brand verursacht, ne? Wollen wir ja alle nicht hoffen. Also so ein komplett Fernostteil ohne CE-Zeichen holen oder C-Leerzeichen, E-Zeichen holen, weißt du? Gibt's ja auch den Trick. Ne, aber für meinen nächsten Staubsaugerroboter werd ich noch mal ein bisschen Geld ausgeben. Ich find auch diese Dinger mit einer Basisstation, dass der, dass du, ich mein, wie oft machst du den, das Reservoir, den Beutel sauber? Alle zwei Tage? Ja, ja, genau. Du lässt den, du lässt den zweimal fahren, dann musst du den halt einmal sauber machen. Nicht die ganzen Sensoren, nicht die ganzen Bürsten oder so, aber du musst halt einmal das Reservoir einmal sauber machen oder zumindest einmal eben auskippen. So, das ist schon, stell dir mal vor, das würdest du auch noch nicht machen müssen, weil es schon deutlich mehr als, also es gibt mehrere Geräte, die halt auch noch so eine automatische Absaugung haben. Wie gut oder schlecht die jetzt wiederum sind, keine Ahnung. Das wäre schon geil, ja. Weil die Frage gerade nochmal aufkommt, wo nimmt, warte mal, wo nimmt denn ein Lichtschalter Zeit zum Atmen? Kann ich dir sagen, du gehst aus dem Haus und überlegst, ob du einen Lichtschalter vergessen hast, an- und auszumachen. Ob du den Herd vergessen hast, auszumachen und so weiter und so fort. Und dieser, dieser Prozess, den du in deinem Kopf drin hast, nimmt dir Zeit zum Atmen und Zeit für dich. und heutzutage, also heutzutage ist es halt einfach so, dass Menschen generell sowieso schon sehr überfordert sind, weil einfach wir sehr viel machen müssen in der heutigen Zeit zum Leben. Und wenn du, also für mich persönlich ist das ein unglaublich tolles Gefühl, meine Tür zu verlassen und ich muss mir um nichts im Kopf machen. Gar nichts. 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 Ich muss nicht überlegen, ob der Herd noch an ist, muss dann nicht völlig gestresst über die Autobahn ballern, geblitzt werden oder weiß der was. Und wenn das so ein einziges Mal im Jahr ist, ich hab's nicht. Und das find ich schön. Und das macht mich glücklich. Und ruhig. Und bringt mir innerlichen Frieden und gibt mir Zeit zum Atmen. Mhm. So. Was ich am Anfang ziemlich schwierig fand, war bei solchen Smart Home-Geschichten, dass dann auch so eine große, ominöse Fernbedienung mitgeliefert wird oder dann Teil des Bestandteils ist und dass du dann darüber alles steuern kannst. Was ja cool ist, keine Frage, das ist so eine Alternative zu einer App halt. Aber irgendjemand wird diese große Fernbedienung halt immer irgendwo hinlegen. Das ist ja meistens wie so ein Tablet oder sowas. Und dann suchst du anstelle deiner, der Lichtschalter, das Ding. Oder das Teil ist an irgendeiner Stelle im Haus prominent an der Wand platziert. Meistens irgendwie im Eingangsbereich oder im Wohnbereich oder irgendwie sowas in der Richtung. Also, ja, ich glaube, da muss man sich schon sehr genau überlegen, was man eigentlich haben will und ob man den einen, den Komfort, den man dazu bekommt, dann doch wieder eintauscht gegen, du kannst es nur damit steuern oder so. Also, ich finde so eine Automation interessanter, ehrlich gesagt. Und auch eine App-Steuerung, aber eine Sprachsteuerung, die intelligent genug ist, dass man wirklich alles damit machen kann, finde ich sogar noch besser. Aber wie du schon beim letzten Mal gesagt hast, du hast ja nicht immer Bock, den Befehl zu sagen. Warum auch immer das bei so Menschen so ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass du in der U-Bahn sitzt und du willst dir nicht die Blöße geben, dass jemand über dich so ein bisschen kichert oder sowas. Haha, der redet mit seinem Handy. Nee, darum geht es ja gar nicht. Manchmal habe ich einfach keinen Bock, dann will ich einfach nur auf den Knopf drücken mit meinem Handy oder was auch immer, auf einer Konsole, am PC oder sowas und dann soll das halt auch passieren. Super easy. Da ist halt jeder anders. Also ich meine, wenn Menschen Lichtschalter toll finden, ist das ja okay. Dafür kann man sich das ja auch aussuchen. Also, wenn das jemanden nicht stört, ist das ja Töfte. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat in der Küche so Lichterspots und jedes Mal, wenn dieser Mensch diese Lichterspots anmachen will, muss der Kühlschrank auf, da müssen Backbleche rausgenommen werden, dann muss da so reingegriffen werden, um das anzumachen. Alter, wenn ich das sehe, raste ich komplett aus. Kannst du mir das mal eben kurz erklären? Ich habe es gerade jetzt überhaupt, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht verstanden. Also es sind Lichtspots in der Küche oben an den Schränken dran. Und die Steckdose dafür ist in einem Fach über dem Kühlschrank. Über dem Kühlschrank, ja. Ja, ja, ja. Aber dieser Kühlschrank ist so wie in normalen Küchen in den Schrank verbaut, den man aufzieht. Da sind aber auch noch Backbleche davor, dann müssen diese Backbleche rausgenommen werden, dann muss da reingegriffen werden, dann muss das Licht angemacht werden, die Backbleche wieder reingeräumt werden und das wieder zugemacht werden. Magda, raste ich komplett aus. Als ich das gesehen habe, war das Erste, was ich gemacht habe, ich habe eine Dings bestellt. Ich habe sofort, aber wirklich sofort so eine Steckdose bestellt. Alter, das kann ich mir nicht reinziehen. Also das ist für mich super schwierig, davon wieder wegzukommen, weil ich mittlerweile wirklich so angenehm, komfortabel lebe, dass ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann, dass das Menschen nicht triggert. Ich kann aber auf der anderen Seite verstehen, wenn jemand sagt, er hätte gerne einen Lichtschalter, weil wenn nämlich mal irgendein Router kaputt geht, bist du halt einfach gefickt. Und da sagen wir es mal so, wie es ist. Du bist einfach gefickt, okay? Und das habe ich auch schon gehabt, aber dafür habe ich ja glücklicherweise die USV, damit ich Zeit habe, darauf zu reagieren. Wobei, der Chat hat vorhin mal was geschrieben, wie, naja, bei Philips Hue zum Beispiel hast du eine Bridge, damit du auch unabhängig vom Internet bist. Weil die Bridge kannst du lokal ansprechen, die braucht nicht zwingend eine Verbindung ins Internet. Genau. Und bei anderen Services hast du immer die Cloud-Anbindung und ohne Internet bist du halt, naja, dann hast du halt kein Licht. Ja gut, dann habe ich halt kein Licht. Ja, Licht geht glücklicherweise mit Hue. Ja. Spannend. Spannend. Ich kann auch mittlerweile einfach Katzenhaare rinschmeißen. Schön. Sind morgen eh weg. Nicht gut. Dein Stoppsocker läuft jeden Tag, ne? Meiner läuft jeden Tag. Jeden Morgen um 10. Und wenn ich verschlafe, dann ist er Viertel, Viertel elf ist er in meinem Schlafzimmer und dann stehe ich auf. Jeden Morgen. Spätestens. Okay. Okay. Ist auch gleichzeitig mein Wecker. Habe ich extra so gemacht. Finde ich total witzig. Ja. Finde ich sehr witzig. Ne, hier in der unteren Etage lasse ich den noch nicht laufen, weil eben wie gesagt, die Kabel daran frisst er sich ganz gut weg. Aber ein etwas neueres Gerät, was dann auch genau solche Hindernisse erkennt und eben nicht da angreift, wäre ich sofort dabei. Verleg die doch einfach ordentlich. Äh, ja, ich bin dabei. Das ist, es wird alles gerade, ich bin gerade im Umräumen. Ne, wie gesagt, gleich baue ich noch die Regale auf, dann habe ich meinen, meinen Keller, äh, Quatsch, meinen, meinen, meinen Flur und den ganzen anderen Kram wieder leer und dann muss nur noch ein bisschen Papierkram erledigt werden. Hey, dann geht's wieder einen Schritt weiter. Das ist schon neu. Ja. Ich bin gespannt auf deine Reise. Ja, ich bin eigentlich permanent auf einer Reise. Das ist halt immer die Frage, in welche Richtung man sich beeinflussen lässt. Mal geht die Reise mehr so in Richtung Computerhardware, mal geht die Reise mehr so in Richtung, ja, so eine Beleuchtung ist schon sehr, sehr cool, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich das hier blau färben müsste oder wollte, dann müsste ich wirklich einen Lichtschalter einschalten. Ja, und das ist super easy und da ich das auch so gut wie nie brauche, ist das für mich auch okay, aber natürlich wäre es viel komfortabler, wenn ich das jetzt steuern könnte. Ne, gebe ich dir absolut recht. Aber ich habe hier so die Bele-Lösung halt, die kostet nicht viel Geld und die frisst halt kein Brot, in Anführungszeichen. Ja, ich weiß, ich sehe es bei dir. Das brauche ich für mich jetzt nicht. Warum? Ich brauche es nicht. Hä? Ich finde es cool, aber ich brauche das bei mir nicht. Das ist so, das ist so, das ist so, es gibt nichts Geiles, Alter, es gibt einfach nichts Geileres auf diesem Planeten als so ein Scheiß. Aber ich will nicht das Gefühl haben, dass ich, dass ich eine Autoscooter lebe, weißt du? Das, das passt bei dir rein und du hast diese Lichtsteuerung, die dann auf gewisse Alerts und Events reagiert, schon bei dir ewig mit drin. Ja. Ich habe mir da zu der Zeit, als ich noch ein Greenscreen benutze, habe meine Gedanken dazu gemacht, ob ich das haben möchte, wenn ich keinen Greenscreen benutze und bin für mich auf den Trichter gekommen. Eine Konfetti-Kanone oder so ein, so ein Stroboskop wären schon cool, aber nur hier ein bisschen Abfahrt, das möchte ich nicht haben bei mir. Aber das passt zu dir. Das ist ja das Ding. Für den einen ist es genau das Richtige und für den anderen nicht. Es geht einfach nur, also es ging nicht darum, dass die leuchten oder sowas, sondern weil du sie einfach steuern kannst und du musst jetzt nicht irgendwie, also nur darum ging es. Der andere Scheiß ist ja persönliche Präferenz. Ja. Ob das Bling-Bling-Disco macht oder so. Aber so eine Disco-Kugel würde ich auch noch mal feiern, Alter. Am besten eine, die dann echt so motorisiert hier runterfährt und dann sieht es gut. Das geht halt wirklich. Ja, natürlich. Da hätte ich schon Bock drauf irgendwie, aber ich wollte dieses Mal eigentlich nicht so übertreiben. Ich habe das vorhin anders gehört mit der Küche und den vier Kameras. Hör bloß auf mit der Küche, ey. Das ist, äh, uff. Da muss ich los. Ja, wir haben die Zwei-Stunden-Marke vorhin geknackt, ne? Mal wieder. Ja. Äh, aber auch schon wieder so, naja, so halt. Wir sind echt fürchterlich, Alex, ne? Welche, wir waren jetzt Folge elf? Neun. Neun? Ne, zehn. Zehn? Sind wir nicht bei zehn mittlerweile? Zehn, ja. Folge zehn. Ich denke mir, jede Folge, und scheiß, Alex, jede Folge, bevor wir anfangen, denke ich mir, boah, wie wollen wir denn jetzt zwei Stunden voll machen? Mit Software, das weiß doch jeder. Ja, genau, mit Software. Hä? Und dann fangen wir an und dann denke ich mir so, warum machen wir nicht eigentlich drei Stunden? Ich finde es immer noch schön. Ich finde es auch immer schön. Kann ich nur so sagen. Es ist einfach toll. Es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Nächste Folge gibt es dann übrigens Software. Das wird schön. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch sehr drauf. Heute sind wir nur ganz kurz abgedriftet über Trigger und smarte Dinge und wir haben das auch nur ganz oberflächlich aufgrund von Präferenzen und persönlichen Erfahrungen angerissen. Und ja, es war mal wieder ein Fest. Das war toll. Nächste Woche Mittwoch meinst du, ne? Wenn nichts dazwischen kommt bei dir. Wenn, wenn, ich habe das noch auf dem Kopf, wenn, es kann auch sein, dass wir erst in zwei Wochen das nächste Mal dabei sind. Ja, das kann gut passieren, aber da sagen wir euch ja noch Bescheid. Also es könnte wirklich, wirklich sein, dass das... Weißt du das Anfang der Woche schon? Also ist es am Montag safe, ob das so ist? Ich werde das am Sonntag spätestens alles klären. Ja, cool. Dann sagen wir einfach am nächsten Woche, Anfang der Woche sofort Bescheid und dann... Ja. Tschakka Abfahrt, gib ihm. Das Problem ist, dass dieser Tag, also der Mittwoch, ist so ein Tag, wo wir verreisen wollen zum IRL-Stream mit Igay. Mhm. Und Donnerstag ist eigentlich Heimfahrtstag. Aber, ich sage es mal so, wenn ich... Es könnte halt auch sein, dass ich Donnerstag zur richtigen Zeit da bin. Alex, lass uns nächste Woche ausfallen lassen. Okay? Also, weil ich denke... Alles klar. Also wirklich, weil ich denke, es ist machbar, aber das würde wahrscheinlich dazu führen, dass das so ein komischer Cast wird und nicht so entspannt wie so sonst, weil da sehr viel Hechelie und hin und her. Ich würde sagen, wir machen nächste Woche einmal Sommerpause. Alles klar. Kein Problem. Ist das für dich okay? Ja, für mich ist das super, okay. Mach dir da keinen Stress. Fuck my life. Ich finde das super, dass wir das jetzt so, kontinuierlich durchgezogen haben. Ich bin da auch froh drum, dass du auch da den Biss hast, der mir manchmal in den anderen, in manchen Momenten so ein bisschen fehlt, ja. Und dass wir beide aber nicht so perfekt sind im Sinne von Social Media. Also ich finde, das hat sich bisher sehr gut ergänzt. Ja. Das Social Media Game ist on fleek. Und für nächste Woche haben wir ja eigentlich auch schon Bilderchen. Wir tun einfach so, als wenn es neuneinhalb gewesen ist. Sollen wir das im Hintergrund so wegretuschieren und dann... Einfach so ein Smiley, dieses Äffchen-Smiley mit den Händen vor den Augen. Da sehe ich uns. Ja. Kriegen wir hin. Also nächste Woche, Freunde der Sonne, kein Hardcast, weil ich nicht zu Hause bin. Ihr könnt mich jetzt die ganze Woche voll meckern, deswegen. Ich nehme diese Bürde auf mich. Und, ähm... Alex, ich freue mich sehr auf in zwei Wochen, wenn wir über Software reden. Ich sage Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören und fürs Einschalten und, äh... Küsschen. Ich schließe mich dieser, äh... mit diesem... dieser Endlaudatio an und, äh... wünsche euch auch zwei wunderschöne Hardcast-lose Wochen oder vielmehr eine Hardcast-lose Woche ja eigentlich, ne? In dem Sinne. Und dir wünsche ich viel Spaß mit Igay auf eurem IRL, was auch immer. Ich schaue mal kurz rein, Ding. Punkt. So. Wir gehen jetzt ins Ende. Macht's gut. Bis dann. Wir reden wahrscheinlich beide gleich noch auf unserem Channel. Also haut rein. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.